Wenn ihr das hier hört, werde ich hoffentlich ganz weit weg, irgendwo am Strand in der Sonne brutzeln, denn es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause und die nehmen wir vorab auf bei uns ist Samstag, 15.30, beste Bundesliga-Zeit. Das stimmt, ja. Und wir besprechen heute eine Division, alles dazu gleich, aber wie gesagt, letzte Folge vor der Sommerpause und die wird auch nicht nur meinen Urlaub andauern, sondern auch deinen. Das ist richtig, ja. Vom Timing her natürlich haben wir es schön aneinander angeknüpft, die Urlaube, also es war natürlich, muss man sagen, nicht beabsichtigt, es war dann halt so, wie man wieder reisen durfte und dann ein bisschen der Zufall mit reingespielt, dass es dann so kam. Aber genau, es wird eine Sommerpause geben, wir haben es ja schon ein, zwei Mal so ein bisschen angekündigt, alle Details und wann und wie und wann es wieder eine Folge gibt und so weiter und so fort, die hört ihr dann gleich. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört euren Football-Podcast des Vertrauens, Down, Set, Talk, eine neue Folge vom offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt hast du aber groß angekündigt, dass wir genau sagen, wann, wie, wo die Sommerpause stattfindet, wie wir wann zurückkommen. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich weiß es selber nämlich gar nicht. Mir war klar, dass du es nicht weißt, weil du es wusstest ja letztes Mal auch schon nicht, aber fairerweise muss ich sagen, ich habe dann, ich habe dann vorhin drüber nachgedacht und so, äh, Moment, wann war das nochmal? Dann bin ich unseren, unseren Plan, den wir ja zum Glück aufgeschrieben haben, nochmal kurz durchgegangen. Clever. Das ist heute die letzte, dankeschön, ja, dankeschön. Es ist die letzte reguläre Down-State-Talk-Folge für vier Wochen tatsächlich. Das gab es noch nie. Ja, das gab es wirklich noch nie. Also sehr generell die erste echte Pause eigentlich, die wir machen mit dem Podcast jetzt nach zweieinhalb Jahren. Ja, am 20. August kommen wir zurück. Da gibt es die letzte Division-Folge, die NFC North und natürlich, was sich halt so bis dahin vielleicht angesammelt hat an News. Ich schätze mal, wir werden hoffentlich dann ein gutes Stück schlauer sein, ob es eine NFL-Saison geben wird oder Pre-Season und was auch immer alles. Ähm, darüber reden wir dann im Detail und, ja, also wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen an dem Punkt, an dem wir auch mal eine echte Pause brauchen, ähm, die irgendwie auch länger als acht Tage oder zehn Tage oder so geht. Und deswegen, äh, wie wir schon gerade gesagt haben, für jeden von uns sozusagen zwei Wochen sein, die Pausen, die Urlaube jeweils schließen nur direkt halt aneinander an. Ich glaube, wir haben zwei Tage zwischendurch, wo wir beide, ähm, wieder arbeiten, irgendwie sowas in der Richtung und dann bin ich quasi weg. Aber danach geht's dann, äh, hoffentlich mit einer, mit einer NFL-Saison am Horizont weiter. Ich glaube, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre durchgepodcastet, jede Woche. Mhm. Du warst einmal kurz im Urlaub. Genau, ich war einmal kurz weg, genau, für eine Folge und, äh, ja, aber ansonsten. Ja, einmal wieder die Akkus aufladen, damit wir frisch-fromm, äh, in die, in die neue Saison starten können. Mhm. Mhm. Ist natürlich jetzt, das einzig, was, einzig ärgerlich ist, ähm, dass wir dann noch eine einzige Division-Preview ausstehen haben, die wir dann nach der Sommerpause machen. Ja, da merkt man, dass es nicht, äh, von langer Hand geplant war sozusagen, sondern, dass wir natürlich uns auch an, an die Umstände anpassen mussten. Ja, ich wollte ja schon lange im Urlaub gewesen sein. Genau, genau, dein Urlaub wäre eigentlich schon längst gewesen. Meiner wurde jetzt auch schon mal um einen Tag verschoben, also, äh, nochmal, nachdem wir gebucht hatten, auch nochmal verschoben. Also, alles nicht so von langer Hand geplant in dem Sinne, aber wir hatten schon länger im Kopf, dass wir dieses Jahr irgendwann eine Pause machen und jetzt, äh, findet sie eben so am Stück sozusagen statt. Genau. Und wir haben uns aber was überlegt, dazu komme ich gleich. Vorher natürlich nochmal der Hinweis, was wir heute machen. Es steht ja schon im Titel, aber wir haben natürlich eine Division-Preview. Die AFC North ist dran und die ganz schlauen Füchse unter euch wissen dann natürlich auch, welche Fans sich nochmal vier Wochen auf ihre Division-Preview gedulden müssen. Die der Teams der NFC North. Richtig. Ja, genau. Das, äh, ist dann leider so, dass das irgendwie nicht zu sehr treffen wird. Weil wir die Packers hassen. Ganz genau. Das kommt dann, ja, klar. Ähm, na, es muss halt irgendeine Division treffen und wir haben uns dann auch überlegt, okay, mit welcher, äh, also eigentlich ist es sogar ein bisschen eine Auszeichnung, wir haben uns überlegt, mit welcher wollen wir zurückkommen sozusagen. Und hatten jetzt ja, nachdem wir diverse Gäste hatten, hatten wir dann ja gar nicht mehr so eine große Auswahl. Ähm, die NFC North fanden wir irgendwie beide ganz cool so als, als, als Comeback-Folge mit Teams, die auf jeden Fall auch kontrovers sind für die kommende Saison und insofern auch wahrscheinlich dann dahin vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, an Gesprächsstoff liefern. Wir möchten uns natürlich aber vorher noch bei allen neuen Supportern, bei Patreon bedanken, ähm, die da jetzt mit dazugekommen sind. Und, äh, es gibt was Neues, was ihr bekommt sozusagen, wenn ihr uns supportet, in unser Special-Team kommt. Es ist, da gibt's den exklusiven Discord-Channel, da gibt's die Fantasy-Football-Bundesliga natürlich, wo die Anmeldungen auch weiterhin fleißig steigen, über 700 Teilnehmer schon mit dabei. Also, wenn ihr mitmachen wollt, www.downside-talk.de slash support oder slash fantasy-bundesliga. Aber wie gesagt, da gibt's jetzt noch mehr, denn wir haben uns auch was überlegt, was euch auch so ein bisschen über die vier Wochen Sommerpausen, ja, äh, so als kleine Wiedergutmachung, ähm, was darüber hinwegtrösten soll. Und zwar ein kleines neues Format, was wir da regelmäßig machen werden, äh, Bonusfolgen, zweiwöchentlich, und zwar zum Thema College-Football. Das College-Update. Ja, genau, die erste Folge ist jetzt auch schon online, also wer jetzt denkt, hä, was ist denn das? Wir haben da natürlich auch ausführlicher ein bisschen erklärt, was wir machen wollen, deswegen so ganz grob mal, wir haben, äh, zusammen mit Jan Wegwerth, den sicher mittlerweile viele von euch auch schon kennen, weil er jetzt doch schon, ich weiß gar nicht, vier-, fünfmal im Podcast zu Gast war, in verschiedenen, ähm, verschiedenen Folgen. Also, habt ihr sicher schon mal gehört, wenn nicht, dann kennt ihr ihn vielleicht über Twitter, ähm, finde ich für meinen, also für meinen, äh, Begriffe der größte College-Experte, den es so im deutschsprachigen Raum gibt. Ich kenne zumindest keinen, der mehr Ahnung hat von College-Football. Und mit ihm zusammen werden wir so ein, ähm, alle zwei Wochen so ein College-Update dann wirklich machen, wo es kompakt, da, äh, arbeiten wir dran, dass es kompakt wird. Ähm, wirklich so die, die größten Storylines, die, ähm, je nachdem, ob es eine Saison gibt, dann vielleicht über das Highlight-Spiel der Woche reden oder eben über die größten Top-Prospects für den kommenden Draft schon mal so ein bisschen beleuchten. Also, wirklich so College-Update, aber auch dann auf eine Art und Weise, die ein bisschen anders sein wird als jetzt hier in der, im regulären Podcast. Also, vielleicht ein bisschen, ein bisschen einsteigerfreundlicher, ein bisschen mehr Basic, was College-Football selbst angeht, damit wirklich auch Leute, die sich jetzt vielleicht neu dafür interessieren oder neu dazukommen, ähm, dass die da auch einen Zugang da besser noch finden. Ganz genau. Hört gerne mal rein in die erste Folge. Die ist, wie gesagt, mittlerweile schon online. Ähm, und dann gibt's die nächste. Irgendwann innerhalb der Sommerpause. Der offiziellen. News machen wir heute nicht, weil, ist ja klar, also, das, was jetzt zwischen heute und Donnerstag, wenn ihr es frühestens hört, passiert, werden wir nicht mit drin haben. Und wir haben die andere Folge gerade aufgenommen mit den News, die bis dato geschehen sind. Also, das macht nicht viel Sinn, wenn wir hier jetzt über Neuigkeiten sprechen. Deswegen gehen wir direkt rein in die Division-Preview. NFL-Preview. Und zwar eine Division-Preview, auf die ich sehr gespannt bin. Die der AFC North. Das ist nämlich eine potenziell sehr gute und vor allem auch sehr spannende Division. Wir gucken wieder auf alle vier Teams, fangen mit dem schlechtesten Team der vergangenen Saison an. Jeder hat sich auf zwei besonders fokussiert. Und bei mir waren es zum einen die Cincinnati Bengals, die eine wirklich schlimme Saison hinter sich haben. Zwei und vier. Äh, zwei und vierzehn. Jetzt startet eine neue Ära nach dieser vergugten Saison. Und zwar die Joe Burrow-Ära, den sie mit dem ersten Pick im Draft geholt haben. Der wiederum kommt aus einer überragenden College-Saison mit LSU. Wirklich eine der statistisch besten, die man je von einem College-Quarterback gesehen hat. Das sind natürlich jetzt ganz andere Umstände, in die er da kommt, über die wir natürlich auch sprechen. Aber für die Bengals bedeutet das natürlich vor allem nach langer Zeit keinen Andy Dalton mehr. Da war ja immer so meine Devise, er war nicht das Problem bei den Bengals in den letzten Jahren. Aber er war halt eben auch nicht die Lösung, weil der konnte gut sein, wenn alles um ihn herum gut war. Oder sehr gut vor allem war. Aber individuell kam da einfach zu wenig. Und war jetzt auch nicht mehr ... Es war an der Zeit, einfach mal jetzt mit frischem Wind zu kommen, mit mehr individuellem Talent. Und das hat Joe Burrow auf jeden Fall. Wie gesagt, einer der Besten im College seit langer Zeit gewesen. Aber trotzdem natürlich keine Garantie, dass er das jetzt auch in der NFL direkt sein wird. Er hat aber natürlich, im Vergleich jetzt zu Dalton, wenn man mal das 1 zu 1 vergleicht, individuell, natürlich einfach auch noch ein paar mehr Fähigkeiten, die diese ganze Offense natürlich schon verbessern sollten. Alles, was so außerhalb der Struktur angeht. On the Run, da war er sehr gut im College. Das sind alles neue Ebenen im Spiel der Bengals. Und ich hab eben schon angedeutet, die Umstände sind natürlich nicht so berauschend wie jetzt bei LSU. Da war wirklich sehr viel sehr gut. Aber die Umstände für einen Quarterback des Cincinnati Bengals haben sich auch jetzt in der Offseason verbessert. Alleine wenn wir auf die Waffen gucken, wenn wir auf die Receiver gucken, A.J. Green wird zurückkommen. Und selbst wenn er nicht ganz der Alte ist, wenn er nicht bei 100 Prozent ist, wird er immer noch gut sein. War lange Zeit einer der besten Receiver der NFL. Jetzt wirklich, ich glaub, zwei Jahre ja intensiv mit Verletzungen zu tun gehabt. Tyler Boyd, der ihn den Umständen entsprechend gut vertreten hat, würde ich sagen. Auch ein ganz anderer Typ. Und Tee Higgins im Draft mit dazugekommen in Runde 2. Auch einer, den wir beide vor allem sehr mochten. Und Joe Mixon, mein Nummer 10 Running Back der Liga, der wahrscheinlich, wenn er in einer besseren Offense spielt, auch noch das Potenzial hat, da zu klettern. Also, wenn wir nur mal auf die Skill Positions gucken, auf die Playmaker, auf diese vier vor allem, die ich genannt hab, das ist schon ein gutes Niveau. Ja, der Sprung ist halt enorm. Das muss man ja wirklich sagen. Also, letztes Jahr war's dann dadurch, dass ja logischerweise noch kein Tee Higgins da war und eben A.J. Green nicht gespielt hat, war das ja eine Offense, die halt Tyler Boyd hatte. Und Tyler Eifert war noch so ein Faktor. Aber an sich war's halt Tyler Boyd und dann lange nichts. Das sieht man ja auch an der Art, wie sie die Targets verteilt haben. Also, Tyler Boyd mit über 140. Kein anderer Spieler mit über 80. Tyler Boyd auch der Einzige, der 1.000 Yards geknackt hat. Kein anderer hat 600 Yards geknackt. Also, das Gefälle war ja schon enorm. Und ich mein, ich find, Boyd ist eine super Nummer 2. Aber er ist halt keine Nummer 1. Wenn er deine Nummer 1 sein muss, dann hast du halt offensiv ein Problem. Das ist wirklich so ein Fall, auch wenn er individuell betrachtet eben immer noch eine gute Saison gespielt hat. Und das sollte jetzt ganz anders sein. Also, Green ist eine klare Nummer 1. Boyd kann wieder so in seiner primären Slot stattfindende Rolle rutschen. Und Tee Higgins kannst du halt wirklich als so eine Nummer 2 ranführen. Und perspektivisch dann vielleicht nach der kommenden Saison könnte er dann derjenige sein, der A.J. Green dann beerbt. Ja. Ja, auch ein ähnlicher Spielertyp, ne? Sehr physisch. Ja. Also, wahrscheinlich noch physischer. Aber der kann ... Größerer Catchradius und so, ja. Der kann aber auf jeden Fall so ein Ex-Receiver werden. Du hast jetzt Joe Mix ein bisschen ausgeklammert. Ich finde, ja, der hatte eine schlechte 1. Hälfte der Saison. Aber wir sagen ja immer wieder, die Running Backs sind halt noch ein bisschen abhängiger davon, was in der ganzen Offense passiert und wie effizient auch deine Passing-Offense ist beziehungsweise wie gut deine Line ist natürlich. Und ich finde, in der 2. Saisonhälfte hat er wirklich das meiste draus gemacht. Und auch für ihn sollten ja die Umstände natürlich besser werden mit den Receivern, mit dem besseren Quarterback. Ein Thema ist natürlich diese Offensive Line, die nicht gut war. Also, gar nicht gut war. Nett gesagt, ja. Da gab's ja auch letzte Offseason. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen haben. Ich mein, das war ja abzusehen. Das war ja nichts, was uns überrascht hat, dass diese Line nicht gut ist. Da gab's ein paar seltsame personelle Entscheidungen, die da getroffen wurden. Also, wenn wir auf Bobby Hart gucken, auf Billy Price, das war schon seltsam, dass sie die so als Starter einplanen. Und dann gab's da wirklich Rotation ohne Ende aus diversen Gründen. Natürlich auch Verletzungen waren da ein Thema. Also, alleine vier Left Tackles, die fast die gleiche Anzahl von Spielen gemacht haben und auch ähnlich viele Snaps. Also, vier Leute, die da irgendwie mal ran durften und nicht nur mal eben kurz, sondern auch für länger. Also, da war schon ... Also, von Konstanz war da weit und breit nicht zu sehen. Das gilt auch für andere Positionen. Wenn wir mal bei Left Tackle bleiben, da könnte natürlich jetzt ein Jonah Williams helfen, den sie gedraftet haben, der sich dann aber direkt verletzt hat und die ganze Saison nicht spielen konnte. Egal, wie der jetzt zurückkommt, der sollte auf jeden Fall ein Upgrade sein. Also, zumindest über das, was weitestgehend da stattgefunden hat. Also, Cordy Glenn würde ich halt so ein bisschen ausklammern. Die Spiele, die Cordy Glenn dann noch gespielt hat, der ist ja eigentlich ein ganz solider Left Tackle. Da muss Jonah Williams erst mal dann rankommen. Aber alles andere war halt, ja, war halt nicht gut, wirklich noch nett gesagt. Das war vielleicht die schlechteste Run-Blocking-Line außerhalb von Miami und sicher eine der acht, neunzehn schlechtesten Pass-Blocking-Lines in der NFL letztes Jahr. Gerade die Interior-Line war teilweise echt übel. Also, ich glaube, Billy Price hat sich jetzt da endgültig aus der Startup-Formation rausgespielt. Jordan auf Left Guard bleibt echt ein Problem. Dre Hopkins auf Center ist bestenfalls Durchschnitt. Und auf Right Guard haben sie jetzt Xavier Suafilo geholt, der die Line jetzt, die Interior-Line jetzt irgendwie stabilisieren soll. Aber der war halt auch in Dallas jetzt die letzten Jahre Back-Up-O-Liner. Und ich würde den jetzt auch als so in diese bestenfalls Durchschnittskategorie irgendwie reinpacken. Deswegen, Stabilität hatten sie am ehesten noch in den Spielen, die Glenn gespielt hat. Bobby Hart auf Right Tackle, das wussten wir auch vorher, dass das eine Problemzone wird und war's dann auch. Der ist aber immer noch mehr oder weniger unangefochtener Starter. Also, der wird auch nächstes Jahr spielen. Das heißt, man muss eigentlich davon ausgehen, dass Williams, wie gesagt, ein Upgrade vor allem jetzt gegenüber John Jerry dann darstellt. Aber unterm Strich muss man's, denke ich, schon noch sehr, sehr skeptisch sehen. Also, Suafilo, Jonah Williams sollten leichte Upgrades sein zu dem, was sie letztes Jahr hatten. Aber die Line, denke ich, in der Summe wird trotzdem immer noch ein Problem bleiben. Weil dafür sind's halt, also, selbst wenn die zwei positiv noch überraschen, sind ja die anderen drei Spots im Prinzip Fragezeichen. Oder wir wissen, dass es wieder ähnlich problematisch sein wird. Sprich, die Line. Man kann, man sollte nicht zu viel erwarten. Und da muss viel, denke ich, über Scheme, Quick Passing, Play Action und aber auch Burrows Fähigkeiten halt dann gegen Druck, wenn er irgendwie improvisieren muss. Solche Sachen, die müssen dann auch relativ schnell sich auf die NFL übertragen. Ja, da wird's wahrscheinlich auch noch ein paar unschönere Szenen geben. Vielleicht auch ein paar klassische Rookie-Fehler, wenn alles so ein bisschen schneller geht als im College. Also, auch da würd ich die Erwartungen so ein bisschen zügeln, was Joe Burrow angeht. Ja, überragende College-Saison. Zurecht Nummer eins Pick gewesen. Aber wir dürfen jetzt auch keine Wunderdinge ab Tag eins erwarten. Wie gesagt, die Waffen werden ihm helfen. Was ihm nicht helfen wird, ist, dass Tyler Eifert auf Tight End nicht mehr da ist. Weil, ja, der war vielleicht nicht mehr ganz der alte Tyler Eifert nach vielen Verletzungen. Aber er war immer noch solide, immer noch gut. Guter Receiving-Tight End. Und dass ein CJ Uzuma nicht die Dauerlösung sein kann, ich finde, das hat er letztes Jahr gezeigt. Wir haben ja in der vergangenen Folge über David Njoko gesprochen, dass der getradet werden will. Da hatte ich auch direkt dann die Bengals im Kopf, weil das wäre natürlich optimal. Aber die werden den natürlich nicht zu den Bengals traden. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil die könnten so einen Spieler wie Njoko richtig gut gebrauchen. An sich schon. Ja, sind ja auch so ein ganz klassisches Eleven-Personal-Team. Also hatten, glaube ich, mit die höchste oder sogar die höchste Eleven-Personal-Quote in der NFL letztes Jahr. Das heißt, sie spielen sowieso schon nur mit einem Tight End. Da kann man dann noch drüber streiten, ob da Drew Sample oder Uzoma mehr spielt. Ich glaube, Sample sehen sie halt vor allem als den Blocker. Also wenn sie jetzt sagen, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr laufen, und wollen den Blocking-Titant und dann mehr ins Play-Action-Pass-Spiel gehen, dann bekommt vielleicht sogar Drew Sample noch mehr Gelegenheiten. Aber also die Tight End-Gruppe insgesamt ist definitiv problematisch. Und umso wichtiger wird es halt sein, dass die Wide Receiver da viel auch rausholen und auch viel dem Quarterback helfen können, was, glaube ich, gehen kann. Aber auch da eben natürlich ist es ein gewisses wackeliges Konstrukt dabei. Dadurch, dass Green jetzt zurückkommt nach so langer Pause, Higgins ein Rookie-Receiver ist. Und dahinter sind es ja auch eher so Fragezeichen. Also John Ross zum Beispiel ist ja so der vielleicht letzte Chance, glaube ich, kann man sagen. Zumindest mal bei den Bengals jetzt die kommende Saison. Und dahinter ist es halt jetzt auch kein Team, wo du sagst, wenn da einer ausfällt, dann haben sie irgendwie das hoffnungsvolle Talent dahinter. Sondern dann sind halt so ein paar solide Spieler, wie ein Orton Tate beispielsweise. Aber keiner, der jetzt für deinen Rookie-Quarterback die Kohlen aus dem Feuer holt. Ja, gut. Aber letztes Jahr ... Ja, im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein Quantensprung. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und selbst wenn jetzt AJ Green wieder ausfällt, hast du immerhin noch einen Tee Higgins, der das mehr auffangen kann als vielleicht eine Alex Erickson oder Orton Tate oder so. Also, ich finde, da hat man sich in der Hinsicht verbessert. Wie gesagt, die Offensive Line. Jonah Williams kann einen Unterschied machen. Sollte er eigentlich auch. Aber er wird ... Wie gesagt, weder Tee Higgins noch Jonah Williams noch Joe Burrow werden da, glaube ich, krasse Wunderdinge irgendwie veranstalten. Ja, man sollte es halt nicht erwarten. Genau, man sollte es nicht erwarten. Das kann natürlich passieren. Aber trotzdem, da muss man die Erwartungen, glaube ich, dann doch etwas schmälern. Und gerade wenn wir zur Defense kommen, da muss man nach der ... Oder da gibt es eigentlich nach letzter Saison keine Erwartungen mehr. Die war wirklich ein großes Problem. Ich glaube, hinten raus haben sie sich noch mal ein bisschen gesteigert. Ja. Das war dann ein bisschen besser. Okay. Aber trotzdem, unter der Saison teilweise wirklich wild, was da abging. Bangles untypisch hat man jetzt in der Free Agency mal ein bisschen investiert. Vor allem dann in die Defense mit DJ Reader oder Redder. Ich weiß es nicht. Ich frage jedes Mal nach. Ich glaube, wir haben uns auf Reader geeinigt. Dann bleiben wir doch bei Reader, DJ Reader, Defensive Tackle. Dann haben sie zwei ehemalige Vikings-Cornerbacks geholt. Da muss man auch so ein bisschen skeptisch sein, weil man gesehen hat, wie die Vikings-Cornerbacks letztes Jahr gespielt haben, Trey Waynes und Mackenzie Alexander. Von Bell, den Safety von den Saints geholt. Zwei Linebacker im Draft. Also, sie haben echt wirklich die Defense, sind das Ganze mal angegangen. Aber das war natürlich auch bitter nötig. Aber was man sagen muss, jetzt noch mit DJ Reader und dem, was sie eh schon an der Line zumindest haben, die Line als solche sollte eigentlich ganz gut sein. Ja, finde ich auch. Also, die Line sollte wirklich so das Rückgrat von dieser Defense sein. Da hast du Gino Atkins sowieso und Carlos Dunlap als deine zwei Fixpunkte. Sam Hubbard, der sich eigentlich auch gesteigert hat, der ein guter Nummer zwei, Edge oder Nummer drei dann insgesamt in der Line ist. Und jetzt eben Reader da noch dazu zu packen, dass, also gerade wir auch im Zusammenhang mit den Texans häufiger darüber gesprochen haben, wie der sich auch als Passrusher gesteigert hat letztes Jahr, das sollte eigentlich eine Line sein, die ohne Blitzing Druck kreieren kann, die aber auch eben den Run besser stoppen kann. Das war ja auch so ein Thema letztes Jahr. Also, die waren ja nicht nur schlecht gegen den Pass, sondern die waren ja echt auch mega anfällig gegen den Run dann auf diese ganze Saison betrachtet. Und das hing natürlich auch mit den Linebackern dann noch dazu zusammen. Das war wirklich ein richtiges Mess letztes Jahr. Also, wenn man sich die Bengals-Linebacker anschaut, Nick Vigil, Jermaine Pratt, Preston Brown, ja, auch so das Jahr davor eigentlich. Aber letztes Jahr war es so gefühlt noch mal eklatant, da, ähm, also ich würd fast sagen ... Kleiner Funfact an der Stelle. Jermaine Pratt, den Rookie aus dem letzten Jahr, der war der Einzige, der ... Krieg ich das noch zusammen? Der acht Prozent oder mehr der Snaps gespielt hat auf dieser Position. Also, irgendwie, ich muss es noch mal genauer nachschauen, aber die Grundaussage war, ich krieg die Zahlen nicht grad zusammen, die Grundaussage war, aber da wurde mal so richtig rotiert und Jermaine Pratt, der Rookie, war der, der irgendwie noch am meisten da gespielt hat. Also, ja. Ich glaub, am meisten gespielt müsste Nick Vigil gewesen sein. Ja, ich guck das noch mal nach. Vielleicht find ich das noch ... Ich hab's mir leider nicht mitiert. Also, es war in der Summe auf jeden Fall, würd ich sagen, was wirklich eine der zwei, drei schlechtesten Linebacker-Gruppen, vielleicht mit den Raiders zusammen, in der NFL letztes Jahr. Und jetzt haben sie da zwar nicht mega investiert, also, du hast dir grad gesagt, Secondary haben sie was reingesteckt, Defensive Line haben sie was reingesteckt. Aber sie haben Josh Bynes geholt, der letztes Jahr bei den Ravens war und eigentlich so ein rundum solider Linebacker ist. Und sie haben halt eben zwei gedraftet mit Logan Wilson. In der dritten Runde so ein explosiver, physischer, eher so ein bisschen Oldschool-Linebacker, der dir auf jeden Fall gegen den Run helfen wird. Coverage dann so ein bisschen limitiert ist. Und dann so das Gegenstück dazu mit Akeem Davis-Gayther, den ich ja auch sehr mochte vor dem Draft. Deutlich weniger physisch, aber halt brutal agil, super in Coverage. Bei dem das Einzige, was man bei ihm halt sagen muss, weswegen er, denke ich, auch bis in die vierte Runde gefallen ist, ist, dass runter den Draft Probleme mit den Knien dann rauskamen. Das muss man halt so ein bisschen beobachten, ob er dann wirklich eine volle NFL-Saison auch spielen kann. Aber sie haben zumindest mal sich, glaube ich, also allein die drei oder, sagen wir mal, einer der Rookies und Josh Bynes werden, denke ich, besser sein als alles, was sie letztes Jahr auf der Position hatten. Also, ich hab's noch mal nachgeguckt. Das stimmte, mit denen keiner außer German Pratt hat mehr als acht Prozent der Defensive Snaps gespielt. Aber sie haben Nick Vigil schon rausgezogen, weil der nicht mehr da ist. Ach so, ja, okay. Also, da war nur German Pratt unterwegs. Den mochte ich ja vor dem Draft eigentlich relativ gerne, so als Cover-Linebacker. Aber das ist jetzt auch kein kompletter Linebacker, der dir irgendwie das ganze Linebacker-Quarter irgendwie retten kann. Aber du hast es angesprochen. Spannende Linebacker gedraftet. Lass uns noch über die Secondary sprechen. Die wird vielleicht nicht super sein, aber sie sollte eigentlich besser sein als letztes Jahr. Aber das war nicht so doll. William Jackson war eine Mega-Enttäuschung, nachdem der ja eine Supersaison gespielt hat eigentlich vorher. Dann letztes Jahr so gar nicht. Alles um ihn herum auch nicht. Deswegen hat man da auch investiert. Investiert in diese beiden Vikings-Cornerbacks. Das sind zwei, die ihren Draft-Pick, ihren hohen Draft-Pick, der eine ist ein Ersterrunden-Pick mit Trey Waynes, der andere ein Zweiterrunden-Pick, McKenzie-Alexander. Konnten sie beide nicht so richtig rechtfertigen bei den Vikings. Jetzt vielleicht so ein Neuanfang bei den Bengals. Selbst wenn sie halt nicht dieses Top-Niveau erreichen, was ihre Draft-Picks oder die Höhe ihrer Draft-Picks versprochen hätte, sollten sie trotzdem Upgrade in dieser Defense sein. Das ist genau auch mein Gedankengang. Also letztes Jahr, was sie hatten, du hast Jackson schon angesprochen, B.W. Webb war die ganze Zeit eigentlich echt wackelig. Darkies Denard war wahrscheinlich noch so der Beste in der Gruppe. Aber jetzt auch der eher so Kategorie oberer Durchschnitt als irgendwie signifikant drüber. Das haben sie ja komplett quasi ausgetauscht, außer William Jackson. Also haben sie ja wirklich diverse Cornerbacks dann gehen lassen oder abgegeben und sich auch mehrere halt geholt. Und mit Waynes und Alexander, ich meine klar, du hast natürlich recht, die Vikings letztes Jahr haben wir auch oft genug thematisiert, hatten Cornerback-Probleme. Aber für mich war halt in der konkreten Situation war Xavier Rhodes eben so der mit Abstand größte Katalysator für die Problematik. Was jetzt nicht heißt, dass Waynes und Alexander irgendwie super Top-Cornerbacks sind. Aber ich glaube halt, in den Rollen, wenn du den als Nummer zwei dann packst, Timter, William Jackson und eben McKenzie Alexander in den Slot, dann ist das, glaube ich, eigentlich keine schlechte Gruppe. Und es sollte eigentlich eine deutlich bessere Gruppe sein. Also ähnlich wie die Linebacker. Du bist jetzt nicht auf Elite-Level irgendwie geklettert, aber du solltest deutlich stärker sein als letztes Jahr. Ja, das gilt eigentlich für die meisten Bereiche in dieser Defense, aber viel schlechter geht's ja auch nicht. Safety ist, glaube ich, okay mit Bates, Von Bell, Sean Williams. Also meine Analyse der Bengals ist relativ simpel. Die Offense wird, glaube ich, besser sein. Die Defense wird, glaube ich, besser sein. Aber das Ding ist halt, wie ich gerade schon gesagt habe, viel schlechter als zwei Siege kannst du in der NFL kaum sein. Deswegen, man startet von weit unten und wird, glaube ich, ein bisschen besser. Aber das heißt jetzt noch nicht, dass ich denke, dass die Bengals direkt um die Playoffs mitspielen. Wäre natürlich schön, wenn irgendwie Joe Burrow mit den Waffen und so direkt einschlägt. Jonah Williams ist irgendwie der Unterschiedspieler in der Line. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass halt sowohl Offense als auch Defense beides noch nicht über Durchschnitt kommt. NFL-Durchschnitt. Wenn überhaupt die Offense und dann die Defense vielleicht dann noch in manchen Bereichen wackelig. Und gerade in dieser Division dieses Jahr, das macht es natürlich nicht besser. Also das wird, glaube ich, ganz schön hart mit den anderen drei Teams, zu denen wir ja gleich noch kommen. Und ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, für mich wirklich auf dem Prüfstand, ist der ganze Coaching-Staff. Das war ja wirklich eine wilde Zusammenstellung da zu Beginn der vergangenen Saison, haben ewig keinen Defensive Coordinator gefunden. Klar, natürlich schmeißt du so einen Coaching-Staff nicht nach einer verkorksten Saison raus, gerade bei dem Spielermaterial, was die da zur Verfügung hatten. Da war auch wirklich dann so als Rookie-Head-Coach nicht mehr drin. Allerdings, jetzt hast du deutlich mehr zur Verfügung. Jetzt musst du auch eine Entwicklung sehen. Das ist das, was wir ja bei vielen schon angesprochen haben. Bei Kyle Shanahan, der ja auch wirklich nicht gut gestartet ist. Du musst halt eine Entwicklung sehen, damit du an den Coaches festhältst. Und wenn dieses Jahr nicht stattfindet, dann muss man halt vor allem diesen Coaching-Staff hinterfragen. Ja, also ich glaube, gerade bei den Bengals reden wir halt davon, dass du wahrscheinlich Zeit bekommen wirst, weil die Bengals Dinge ein bisschen konservativer angehen, auch was so Personal- und Coaching-Staff und so weiter betrifft. Also die werden schon noch ein bisschen Zeit bekommen. Aber klar, es muss eine Entwicklung zu sehen sein. Und vor allem, was ich halt wirklich sagen muss, also wenn mich jetzt Leute fragen irgendwie, ja, ist jetzt Zack Taylor irgendwie ein guter Head-Coach oder nicht? Und waren es nur die Umstände? Ich finde halt, nach dieser Saison kann man kaum ein richtiges Fazit irgendwie ziehen. Also ich kann dir noch nicht mal so richtig sagen, dafür steht jetzt Zack Taylor. Also das wollte er umsetzen. Ich meine, klar, man kann irgendwie mal so ein bisschen drauf zurückkommen, woher er selber kam. Hier, Sean McVay, Coaching-Tree, so die Richtung. Aber was jetzt wirklich seine Idee ist, das können wir eigentlich noch gar nicht sagen. Und das wird natürlich die kommende Saison, muss da auch in der Richtung klar machen, für was er stehen will und wie das funktionieren soll. Ja, und dann geht es auch darum, Erwartungen eben richtig einzustellen, was, glaube ich, für die Bengals sein wird. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn man auch die Division dazu bedenkt, also alles über fünf Siege würde ich ehrlicherweise als Erfolg verbuchen für die Bengals-Saison. Also fünf Siege ist, glaube ich, das, was du sehen willst, so die Range ungefähr. Aber wenn die sechs Spiele oder sieben Spiele gewinnen, dann würde ich wahrscheinlich von einer erfolgreichen Bengals-Saison sprechen. Ja, absolut. Das Ding ist nur, ja, die Bengals sind halt konservativ und, äh, wagen auch nicht so viel. Man hat's ja auch wieder im Draft gesehen, da einfach immer den ersten Kick genommen und danke, bitte, ciao. Ähm, nirgends getradet oder irgendwie sowas. Also wirklich einfach ihren Stiefel runtergespielt. Das Problem ist ja eben, wenn du jetzt wenig Weiterentwicklung siehst, auch von Coaching-Seite her, und du trotzdem dann lange festhältst. Ich mein, sie haben ja vorher auch lange an dem Coach festgehalten, obwohl es keine Entwicklung mehr gab. Und es musste wirklich richtig schlecht werden, bevor man sich, bevor man sich trennt. Und das ist natürlich dann auch so eine Gefahr. Natürlich mag ich es immer, wenn ein neuer Coach vor allem Zeit bekommt, wenn man ihm das Vertrauen schenkt, das hilft. Aber du musst halt spielerisch auch eine Entwicklung irgendwie sehen. Und deswegen sag ich, wenn wir die bei den Bengals dieses Jahr nur bedingt oder gar nicht sehen, dann muss man da, muss man da mal gucken, ob man da an irgendwelchen Schrauben drehen muss. Ja, das ist auf jeden Fall fair. Kommen wir zu den Cleveland Browns. Und die waren letzte Saison eine große Enttäuschung. Sechs und zehn, weil wir dachten alle, sie holen den Super Bowl. Haben sie nicht gemacht, ganz und gar nicht. Jetzt gab es wieder einen Regimewechsel. Zumindest was die Coaches angeht. Kevin Stefanski ist neuer Head Coach. Ich bin sehr gespannt auf diese Offense. Kevin Stefanski, keine Head Coach-Erfahrung in der NFL. Kommt aber aus einem spannenden Coaching-Tree. Bringt spannende Sachen für die Offense mit. Und die Waffen, also da sprechen wir sowohl von der Offense als auch von der Defense. Die Waffen sind ja nach wie vor da. Er hat sie zur Verfügung. Und wenn wir mal auf die individuelle Qualität gucken, auch wenn das letztes Jahr alles nicht so zusammen funktioniert hat. Ein Jarvis Landry oder auch ein Odell Beckham Jr. sind ja nicht auf einmal schlechte Spieler. Ich meine, gerade ein OBJ hat vorher auch nicht in den besten Umständen gespielt bei den Giants und war trotzdem ne absolute Maschine. Und dann noch eben Kareem Hunt und Nick Chubb im Backfield mit dazu. Also da sind so viele Waffen. Das ist teilweise schon absurd, welches Potenzial einfach nach wie vor in dieser Offense steckt. Genau. Also das steht schon mal außer Frage. Kommen wir gleich noch zu den Details, wo sie ja auch sogar noch besser geworden sind. Also letztlich ist es halt die Saison, wo, wenn wir jetzt eben gesagt haben, gerade bei den Bengals wollen wir sehen, dass der Coaching-Staff sich entwickelt. Die Browns für mich steht irgendwie alles unter der großen Überschrift Baker Mayfield. Also du bist jetzt im dritten Jahr von Baker Mayfield, der eine wirklich starke Rookie-Saison hatte. Richtig, richtig starke Rookie-Saison. Wo er natürlich dann auch Erwartungen geweckt hat irgendwo. Und dann war letztes Jahr halt ein kompletter Flop. Und jetzt wäre es halt ganz wichtig zu sehen, dass dieser Flop, dieses Durchhängerjahr, dass es eben durch den Coaching-Staff kam, durch die Umstände, schlechte Vorbereitung, was auch immer, schlechtes Playcalling. Und halt nicht, dass wir einfach bei Mayfield Probleme sehen, die halt nicht weggehen. Also ich finde, auf die Saison betrachtet insgesamt hat er eigentlich gar nicht so ein katastrophales Jahr gehabt letztes Jahr. Das Hauptproblem ist halt, dass er in einigen Bereichen alte Probleme wieder gezeigt hat. Allen voran, was sein Pocket-Verhalten angeht. Also er hat eine saubere Pocket viel zu häufig zu schnell verlassen. Generell auch nicht gut aus der sauberen Pocket gespielt. Hat sich dann auch damit selbst oft und auch dann die Offense insgesamt aus dem Rhythmus gebracht. Und dann hat eben teilweise im Zusammenhang damit, teilweise aber auch unabhängig davon, hat eine seiner besten Qualitäten gelitten, nämlich die Accuracy. Also er hat den Ball wirklich oft von einer unsauberen Plattform geworfen, in die er sich halt auch selbst oft unnötig gebracht hat. Und insgesamt war seine Accuracy einfach viel inkonstanter, als wir es von ihm gewohnt sind. Gerade im Kurzpassspiel war sie einfach oft nicht da. Und selbst wenn er irgendwie offene Receiver angeworfen hat, war er immer wieder so ein bisschen mal ein bisschen daneben, ein bisschen zu weit nach vorne, zu weit nach hinten. Im vertikalen Passspiel hat er vor allem Odell Beckham häufig nicht die Chance gegeben, den Ball zu fangen, wo er frei gewesen wäre oder wo er zumindest eine Möglichkeit gehabt hätte. Also Mayfield war nicht gut. Und vor allem sein Pocket-Verhalten muss auch irgendwo ein bisschen Anlass zur Sorge geben. Aber der Kontext ist natürlich wichtig. Und wenn wir von der Browns-Offense reden, ist mir halt mit am stärksten irgendwie in Erinnerung geblieben, was Jarvis Landry im Februar dann gesagt hat. Nämlich, dass halt so die ersten 15 bis 20 Plays von einem Spiel immer gescriptet waren. Man legen Coaches ja dann den Rahmen sozusagen schon vor dem Spiel fest, anhand von gegnerischen Tendenzen, bestimmten Match-Ups in dem Spiel und so weiter. Dass er aber oft nicht wusste, was der Plan nach diesen gescripteten Plays sein würde. Und ich finde so, also Landry hat das gesagt, und ich finde so sah die Offense häufig auch aus. Also wenn man sich das einfach anschaut, wird man oft den Eindruck, dass da die Play-Calls überhaupt nicht aufeinander aufbauen, dass das ohne irgendwie Rhythmus, ohne einen größeren Plan abläuft und irgendwie einfach unkoordiniert ist. Und das hat Mayfield natürlich auch nicht geholfen. Und es wirkte ja auch insgesamt nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Das unterschätzen viele beim Football auch immer, wie getimed alles sein muss. Da ist eine Route genau auf den Dropback des Quarterbacks getimed. Da muss alles punktgenau sitzen, weil du bekommst halt in der NFL nur kleine Chancen, kurze Chancen und dann muss alles sitzen. Und es wirkte ganz oft so, als wäre das einfach nicht perfekt aufeinander abgestimmt alles. Ich meine, da haben Hand-Offs nicht funktioniert. Und das kannst du ja nun wirklich ... Ja, mal ist das ein individueller Fehler. Ja, da waren Spieler unaufmerksam oder unkonzentriert, keine Ahnung. Aber so häufig, wie es bei den Browns der Fall war ... Also, das kannst du mir nicht auf die Spieler dann alleine schieben. Auch bei so kleinen ... Na, wie heißen sie? Jet Sweeps und solche Sachen. Ja, so Jet Sweeps. Das Timing stimmt da halt ganz oft einfach nicht. Und das ist dann für mich auch eine Frage, was machen die oder was haben die denn im Training gemacht? Weil das sind ja genau die Sachen, gerade so Jet Sweeps, Trickplays und so weiter. Die musst du im Schlaf können als Spieler. Da musst du das Timing in- und auswendig können, damit das dann im Spiel auch blind funktioniert. Und genau das wirkte eben ... Das war nicht der Fall. Und das wirkte halt eben so, als hätte man da im Training auf die falschen Sachen geachtet. Oder halt auch zu wenig aufs Detail. Ja, ich weiß auch gar nicht genau, woher das dann irgendwie kam. Weil wir hatten ja wirklich diese Situation mit Freddy Kitchens, wo wir eigentlich alle gesagt haben, der hat diese Offense in Mayfields Rookie-Saison 2018, hat er die Offense im Prinzip während der Saison auf links gedreht und halt perfekt an Mayfield angepasst. Und so ein bisschen, finde ich, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, hat man so ein bisschen den Eindruck, als wollte er dann letztes Jahr irgendwie zu viel machen. So, weißt du, was ich meine? Also, er hat dann irgendwie gedacht, ah, jetzt muss ich hier noch dieses und jenes da. Und wollte irgendwie dann als Headcoach, wollte er dann irgendwie besonders fancy sein oder halt besondere Sachen irgendwie noch einbauen. Oder hat sich selbst irgendwie so ein bisschen zu sehr nachgedacht und dann die Sachen irgendwie falsch entschieden. Weil eben ganz viel von dem, was ja vor zwei Jahren funktioniert hat, war ja halt einfach nicht mehr da in der Offense. Und das ist schwer zu erklären, ehrlicherweise. Und es hat auf jeden Fall auch eine Rolle darin gespielt, dass Mayfield dann inkonstanter war und generell keine gute Saison hatte. Aber es muss halt von ihm dann selbst jetzt auch, finde ich, ein klarer Schritt wieder in die andere Richtung kommen. Weil nach seiner Rookie-Saison sah das halt echt so aus, als könnten wir da wirklich den nächsten Superstar-Quarterback vielleicht haben. Ja. Vielleicht war er sich da auch selbst ein bisschen zu sicher, dass er das wird. Vielleicht. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall gucken wir jetzt noch mal auf den Rest der Offense. Und ich glaube, zu einem Jarvis Landry und Odell Beckham Jr. braucht man nicht so wahnsinnig viel mehr sagen. Wo man aber auf jeden Fall noch drüber sprechen muss, ist die Offensive Line, die letztes Jahr auch ein großer Teil des Problems war. Und da haben sie ja jetzt gerade auf den zwei wichtigsten Positionen, auf den Tackle-Positionen, enorme Upgrades bekommen. Ja, also es geht ja irgendwo alles Hand in Hand. Und wenn man schaut, wie sie dann spielen wollen unter Stefanski, vermutlich, was wir denken, wie sie spielen wollen, und wo sie sich verstärkt haben und wie sie sich verstärkt haben, ist es ja irgendwie alles Hand in Hand. Also du hast die Receiver ja gerade angesprochen. Da haben wir jetzt dieses Duo. Und dahinter eigentlich nicht viel, je nachdem, was man so von einem Donovan Peoples-Jones hält. Aber sie haben halt, letztes Jahr wollten sie ja auch wahnsinnig viel über die Receiver dann machen. Das war ja auch eine Umstellung unter Kitchens, die er selber im Vergleich zu 2018 durchgeführt hat, dass sie ganz viel über die Receiver machen wollten. Auch zum Beispiel in der Red Zone hat Mayfield unheimlich viel zu den Wide Receivern geworfen. Und ich glaube, das wird sich halt deutlich verändern eben mit Tiedans, mit Running Backs, Fullbacks, die dann auch als Match-Up-Waffen eingesetzt werden. Können wir gleich mal noch im Detail dazu sprechen. Und die Offensive Line passt halt auch perfekt dazu. Also was sie eben, was sie gemacht haben und wen sie auch geholt haben. Letztes Jahr war die Line, glaube ich, ein bisschen besser, als sie in der Öffentlichkeit dann gesehen wurde. Eben dadurch, dass Mayfield sie häufig auch schlechter hat aussehen lassen, als sie eigentlich war. Wenn man in die Advanced-Stats schaut, dann unterstützen die das auch. Also Football-Outsiders hat sie auf Platz 18 in Pass-Protection. PFF hat sie in Pass-Blocking-Grade auf Platz 16, die Browns. Also so die Line war jetzt nicht gut. Aber wenn man es im Liga-Vergleich sieht und sieht, was andere Quarterbacks, womit die arbeiten mussten, war es jetzt auch keine Katastrophe. Was man andersrum eben auch sagen muss, die Tackle-Situation war halt nicht gut. Und das sind halt die zwei, erst mal die zwei wichtigsten Spieler, damit die Offensive Line insgesamt gut spielt. Greg Robinson, vor allem Chris Hubbard, die waren deutlich wackeliger als die Interior Line. Und gerade eben Robinson wäre ja mit seiner mangelnden Agilität und so Beweglichkeit, wäre der gar kein Fit für diese Outside-Zone-Offense gewesen. Jetzt haben sie sich Jack Conklin geholt, einer der besten jungen Right-Tackler in der NFL, der ein perfekter Scheme-Fit ist, weil er was ähnliches auch in Tennessee schon gespielt hat. Und Chadwick Wills haben wir ja wirklich jetzt auch schon ausführlich oft genug besprochen, war mein Nummer-Eins-Tackle im Draft. Und ja, die einzige Frage eigentlich bei ihm ist wirklich für mich, wie schnell er von der rechten auf die linke Seite sich umstellen kann, weil er wird halt Left-Tackle spielen in Cleveland. Aber ansonsten sehe ich da ein riesiges Upgrade auf dem Papier, was die Tackle-Situation angeht. Und das wird natürlich dann auch den Running-Backs helfen. Ich bin froh, dass du noch mal über das Backfield sprechen willst. Dann kann ich vorher noch über die H-Backs sprechen, weil wenn du über den Fullback sprechen möchtest, gerne. Aber du hast ja tatsächlich, hab ich bei Twitter gesehen, Nick Chubb ist dein Favorit für den Rushing-Yards-Title diese Saison. Ich hab mich jetzt noch nicht festgelegt, wen ich da nehmen würde. Aber Nick Chubb würde ich tatsächlich nicht nehmen. Ich glaube, dafür wird Kareem Hunt zu viel letztendlich in der großen Masse eingebunden. Sie werden Kareem Hunt anders nutzen. Vor allem dann ja auch bei Third-Downs, nehme ich an. Weil letztes Jahr war es so, Nick Chubb hat eine komplette Saison gespielt, Kareem Hunt die halbe und hatte genauso viele Targets wie Nick Chubb. Also ich glaube, sie werden den sehr so als Pass-Catching-Back einsetzen. Und Nick Chubb wird halt den Running-Stuff vor allem machen. Und ich glaube auch, dass Nick Chubb wieder eine sehr gute Saison spielen wird, weil er individuell ja auch in der Lage ist dazu. Und dann natürlich mit dem Ansatz von Kevin Stefanski, von dem wir jetzt mal ausgehen, wird ihm natürlich helfen. Sie werden viel laufen. Nick Chubb wird auch viel laufen. Aber ich glaube, Kareem Hunt wird da auch einige Snaps bekommen. Und auch einige Carries. Und ich glaube, das reicht dann am Ende vielleicht in der ganzen Masse für diesen Total Yards-Champion-Titel irgendwie nicht. Könnte ich mir vorstellen. Also kommt natürlich auch immer drauf an, was man sonst so in der NFL passiert. Also man jetzt die letzten Jahre ... Oder der Trend in der NFL geht ja schon so ein bisschen weg von dem Single-Runner im Backfield, der irgendwie alles kriegt. So ein paar gibt's noch. Aber da muss man ja auch immer schauen, wie die Situation sich verändert. Also ob jetzt ein Derrick Henry noch mal in dem Maße produziert, wie letztes Jahr. Oder inwieweit Ezekiel Elliott noch mal 300 Carries kriegt. Gut, die Giants mit Saquon Barkley, das wäre vielleicht sogar noch der, auf den man am ehesten dann setzen könnte. Oder Josh Jacobs vielleicht sogar. Oder Jacobs könnte auch sein, ja. Also die zwei wären so vielleicht die Favoriten ansonsten. Aber ich sehe halt Chubb einfach als so einen perfekten Runner für dieses Scheme. Und klar, du hast recht, mit Hunt haben sie einen ernsthaften Konkurrenten. Ich habe auch die Targets mir noch mal angeschaut im Passspiel, um die zu vergleichen mit, wie sie die zwei eingesetzt haben. Also als Chubb alleine da war, als Hunt noch gesperrt war, hat er 3,75 Targets im Schnitt pro Spiel bekommen. Also über die ersten acht Spiele. Und dann über die acht Spiele danach, als Hunt wieder da war, ist es auf 1,8 runtergegangen. Also nicht mal die Hälfte. Das heißt, da ist schon ein klarer Unterschied zu erkennen. Und so wird sich das, denke ich, auch fortsetzen. Also vielleicht, aber das würde ich auch nicht ausschließen, sehen wir auch einfach dann mehr Snaps mit den beiden zusammen auf dem Feld. Absolut, absolut. Das kann auch sein. Aber du wolltest ja über den Fullback. Ja, über den Fullback und den Fullback willst du noch gerne einbauen. Nee, du hast gesagt, du willst noch mal im Detail über den Fullback sprechen. Ja, ja, nee, genau. Also über die Matchup-Gruppen einfach. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die Stefanski-Offense. Und es ist halt auch ein Punkt für Mayfield und für das, was sie insgesamt machen wollen offensiv. Und da ist für mich so, war der erste Schritt eben noch mal zu schauen, was Minnesota letztes Jahr gemacht hat unter Stefanski. Und die Vikings waren das einzige Team, das weniger als 40 Prozent von seinen offensiven Snaps in 11 Personnel, also mit den drei Receivern, einen Running Back, einen Tight End, gespielt hat. Aber Minnesota war nun mal nur bei 25 Prozent von seinen Snaps. Da habe ich nur ein Viertel der eigenen Snaps. Stattdessen viel 12 Personnel mit den zwei Tight Ends. 21 Personnel eben mit Running Back, Fullback. Das war so die Baseline oder die Basis in der Offense. Und die Idee dahinter ist natürlich eine Offense, die Match-Ups mit Tight Ends und mehreren Running Backs auf dem Feld kreieren will, was für den Quarterback auch leichtere Reads kreieren soll. So haben die Browns ihren Kader jetzt auch umgebaut. Eben mit Austin Hooper, den sie geholt haben, mit Harrison Bryant, den sie in der vierten Runde gedraftet haben. Mit auch dem Fullback natürlich. Andy Janovich, den sie per Trade aus Denver geholt haben. Ich glaube, dass das ein Team sein kann, was wirklich stilistisch und sehr an die Vikings erinnert. Weil auch die White Receiver mit Landry und Beckham, wenn man die so ein bisschen mit Stephon Diggs und Adam Thielen vergleicht, beide auch können flexibel hin- und hergeschoben werden, können im Slot spielen, können outside spielen. Also ich glaube halt, dass Cleveland nicht nur einen deutlich besseren Plan haben wird, sondern man sieht jetzt auch schon, wie sie ihre Offense für diesen Plan umgebaut haben. Wie gesagt, sehr gespannt auf diese Offense. Kommen wir mal zur Defense. Und da ist es ja ähnlich. Einfach so wahnsinnig viel Talent vorhanden. Dann kommt jetzt auch noch Miles Garrett zurück, der gesperrt war. Die zwei jungen Cornerbacks, die gute Ansätze jeder für sich mal gezeigt haben. Aber das muss dann insgesamt konstanter werden. Grant Delpit ist jetzt auch nicht der schlechteste Rookie, glaube ich, den sie da auf Safety neu mithaben. Das muss man ähnlich wie in der Offense jetzt aber alles unter einen Hut bekommen. Genau. Also das muss man ja auch immer, das darf man ja nicht vergessen, als wir letztes Jahr, also nicht nur wir, sondern eigentlich so die Football-Landschaft generell, die Browns so gemocht hat, war das natürlich einmal Baker Mayfield, Freddy Kitchens. Aber es war ja auch eben diese Defense, die halt brutal viel Talent eigentlich auf dem Feld hatte. Und daran hat sich nicht nur nichts geändert, würde ich sagen, sondern sie sind auf dem Papier noch besser geworden. Wenn wir Defensive Line anfangen, ich bin es jetzt nochmal durchgegangen, für mich ist es eine der vier, fünf besten Defensive Lines in der NFL. Und das Problem ist wahrscheinlich, das haben wir letztes Jahr vermutlich ähnlich gesagt in irgendeiner Art und Weise. Da haben jetzt zumindest Garrett und Olivier Vernon auch gut gespielt, haben natürlich beide nicht ansatzweise eine volle Saison gespielt, aus verschiedenen Gründen. Aber die Interior-D-Line war halt insgesamt betrachtet echt eine Enttäuschung. Sheldon Richardson war ja maximal Durchschnitt. Larry Ogunjobi, von dem hatte ich ja echt einiges erwartet vor Saisonstart. Und gemessen daran war das doch eine ziemliche Enttäuschung. Und sie hatten eben, das war ja letztes Jahr so der eine Punkt, sie hatten halt gar keine Tiefe auch dahinter. Und das ist jetzt halt nochmal deutlich anders mit Adrian Claiborne, den sie aus Atlanta geholt haben. So ein grundsolider Ed Truscher, der auch den auch mal nach innen ziehen kannst im Sub-Package. Dann haben sie Andrew Billings für den so einen Nose-Tackle, Defensive-Tackle-Spot geholt und eben Jordan Elliott in der dritten Runde gedraftet. Also das ist eine komplett andere Gleichung sozusagen als letztes Jahr, wenn man jetzt einfach mal nur die Defensive-Line anschaut. Ja, und Jordan Elliott, den Pick fand ich ja auch sehr gut, war, ich glaub, der war auf jeden Fall in meinen Top-5 bei den Defensive-Tackles. Ja, ich glaub, bei mir auch vier oder fünf müsste er gewesen sein. Genau, also das ist alles sehr spannend, aber was erwarten wir denn von dieser Defense? Wenn wir jetzt auch noch mit die Secondary mit dazu nehmen, Denzel Ward, Greedy Williams, Grant Delpit, Carl Joseph, das sind ja auch alles keine schlechten Leute da, aber auch da gibt's ja einen neuen Defensive-Coordinator. Ja, genau. Wissen wir da schon was? Können wir da schon was vermuten? Also das ist halt die Frage, oder die erste Antwort sozusagen, die ich jetzt auch gegeben hätte auf deine Frage, was erwarten wir? Man muss halt auf den Defensive-Coordinator schauen. Joe Woods, der kam jetzt aus San Francisco, war da Defensive-Backs-Coach und auch Passing-Game-Coordinator, also so ein Doppeltitel gehabt. Davor mehrere Jahre in Denver gewesen, war auch schon in Minnesota eine längere Zeit Defensive-Backs-Coach, also daher kennen auch er uns Fans-Gesicht schon. Eine Hoffnung ist erst mal sicher individuell betrachtet, dass er helfen kann, gerade die beiden jungen Cornerbacks, Denzel Ward und Greedy Williams, weiterzuentwickeln. Und ich glaube auch, dass er in der Hinsicht schon mal deutlich besser passt. Weil wenn wir auch da noch mal zurück überlegen, auf die vergangene Saison, da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass eigentlich Steve Wilks mit seiner Zone-Coverage und wie er defensiv spielt, wie das eigentlich nicht so ein guter Fit ist für dieses Secondary. Und Joe Woods ... Gerade für Greedy Williams, der ja wirklich seine Stärken absolut in der Man-Coverage hat, wenn er einen Spieler eins gegen eins verfolgen kann. Und halt schon im College nicht der beste Zone-Cover-Cornerback war. Genau, ja. Und ja auch so einfach ein Argument, also wenn du halt zwei potenziell sehr gute Cornerbacks hast, mit denen du wirklich Man-Coverage spielen kannst, dann gibt dir das ja an sich viel mehr Freiheiten. Nur, also Steve Wilks hat halt eine andere Defensivphilosophie. Joe Woods hat tendenziell auf jeden Fall eher so eine Man-Cover-Prägung mitbekommen, was, denke ich, eben mit den Cornerbacks schon mal besser funktioniert. Und dann vermute ich von der Front her, sie werden, denke ich, ob es jetzt eine 4-3-Under oder eine 3-4, wie auch immer das im Detail dann heißt, bei ihnen spielen. Aber sie werden, denke ich, was spielen, wo sie immer fünf Leute an die Line of Scrimmage auch bekommen, damit die beiden Edge-Rusher irgendwie als Down-Linemen, also dass die nicht stehend sozusagen rushen müssen, weil ich glaube, das passt zu Garrett auf jeden Fall und zu Olivier Vernon auch besser. Also auch da kann man sich so ein bisschen anpassen. Und dann haben sie ja eben die Safeties mit Carl Joseph und Grant Delpit, die du auch beide super in die Box ziehen kannst. Also das Personal für das, was wir an vielleicht ein paar Trends, Tendenzen zu Joe Woods kennen, ist eigentlich schon gegeben in dieser Browns-Defense. Und so der, also mein größtes Sorgenpunkt, glaube ich, wäre dann halt tatsächlich die Linebacker-Gruppe. Weil da, ja, also ... Vielleicht hätten die irgendwie ein bisschen kaschiert. Ja, also ich meine, das war letztes Jahr echt schon so ein Fragezeichen. Joe Schober ist jetzt weg, Christian Kirksey ist weg. Ich denke, McWilson ist sowas wie der Nummer-eins-Starter. Der war letztes Jahr echt nicht gut. Und dann daneben, ob das jetzt Taki Taki ist oder Jacob Phillips, der drittrunden Pick dieses Jahr, der war auch eher so der physische Run-Stopper. Und jetzt keiner, den du als Rookie in Coverage reinwerfen willst. Also da haben sie schon ziemliche Fragezeichen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir Cleveland eher selten in der Base-Defense sehen. Ja, ich glaube ja, dass die Brown-Fans oder einige der Brown-Fans, glaube ich, ganz angetan von Taki Taki sind. Und von dem, was sie von ihm gesehen haben. Wenn ich mich da richtig erinnere. Ich war ja mal kurz zu Gast in einem Browns-Podcast. Ich glaube, unter den Fans ist der sehr beliebt. Ja, also bei den Browns, ich werde nur bedingt aus meinen Fehlern von letztem Jahr lernen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin wieder euphorisch, aber vielleicht nicht ganz so wie letztes Jahr. Weil das ist zwar alles super, was da individuell an Talent schlummert, aber es muss halt jetzt dann auch irgendwie mal komprimiert werden. Baker Mayfield muss sich steigern. Du hast es ausführlich geschildert. Es gibt halt einfach ein paar Wildcards für diese kommende Saison. Und die können in beide Richtungen gehen. Wie gesagt, Head Coach, also First-Time-Head-Coach, das ist immer so eine Sache für sich. Dieses Jahr ganz besonders. Hat das alles so funktioniert? Wir haben es an Freddy Kitchens gesehen, das sah erst ganz toll aus. Und dann kam er aber ja wirklich mit dem Job des Head Coaches nicht zurück. Und da kannst du noch so ein gutes Football-Brain sein. Dann die Teamchemie ist natürlich auch immer so eine Sache, was man im Blick haben soll. Es gab jetzt wieder irgendwelche Gerüchte über OBJ. Ob er dann doch wieder getradet werden will, war dann letztendlich nichts dran. Aber auch Baker Mayfield ist ja ein spannender Charakter. Da muss man auch seine Entwicklung natürlich sowohl sportlich als auch charakterlich abwarten. Ich meine, wie gesagt, vielleicht ist er da so ein bisschen abgehoben nach seiner starken Rookie-Saison und hat dann zu viele Fehler gemacht. Die junge Secondary. Ich glaube aber schon, dass sie lange um die Playoffs mitspielen. Also müssen sie sowieso. Das sollte der Anspruch sein. Ich glaube auch, dass sie es schaffen, tatsächlich. Und ich glaube auch, Platz zwei in dieser Division ist drin. Also ist drin, ja. Ist drin, ja. Weil dafür haben die Steelers, die hier gleich kommen. Bitte? Würdest du drauf tippen? Browns auf zwei? Ich sehe sie aktuell eher hinter Pittsburgh. Pittsburgh hat natürlich sein eigenes Riesens-Fragezeichen. Kommen wir gleich zu mit Ben Roethlisberger. Aber die Browns ... Also das Ding ist halt, wir sind am gleichen Punkt eigentlich wie letztes Jahr. Du hast halt ein enormes Potenzial in einem jungen Team mit einem First-Time-Head-Coach. Und letztes Jahr ging's schief. Heißt nicht zwangsläufig, dass es dieses Jahr auch schief geht. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich glaube auch, dass die offensiven Ideen, die Stefanski mitbringt, dann gut zu Mayfield passen werden und auch gut zu dem Kader passen. Ja. Aber ... Garantieren wir es nicht. Ich glaube, dass die zehn Spiele gewinnen. Weiß ich nicht. Also die Steelers, wenn Roethlisberger halbwegs fit und in Form und so weiter und ansatzweise bei 100 Prozent zurückkommt, dann seh ich die Steelers halt schon in so einer Zehn-Siege-Kategorie. Und weiß ich nicht, ob ich die Browns da schon gleich im ersten Jahr reintippe. Kommen wir doch mal zu den Steelers. Die waren 8 und 8 letztes Jahr. Und das ist so ein Rekord, wo man im Nachhinein nicht mehr weiß, wie das überhaupt passieren konnte. Also wie diese Mannschaft überhaupt 8 und 8, wie die Mannschaft 8 Siege holen konnte. Also vor allem die Offens natürlich. Also man hat ja quasi ohne Quarterback gespielt, nachdem sich Big Ben verletzt hat. Und dann was da in Vertretung abging. Ich meine, wir haben häufig drüber gesprochen. Das war nichts. Nach DVOA sogar die schlechteste Offense der ganzen Liga. Dafür halt natürlich eine bombastische Defense, die diese Saison am Ende dann doch noch ganz gut aussehen lässt. Beziehungsweise man hat ja sogar noch lange um die Playoffs mitspielen können. Ja, ja. Jetzt kommt eben der Nummer 1 Quarterback zurück mit Big Ben. Und alle sagen natürlich intuitiv, wenn so ein Team ohne einen guten Quarterback schon 8 und 8 war, dann muss es ja jetzt richtig gut werden. Dann müssen die ja locker jetzt mindestens 2 Siege mehr holen. Und ich will nicht zu viel von meiner Analyse vorweggreifen, aber ich hab so ein paar Zweifel. Oder zumindest, ich bin jetzt nicht so mega euphorisch, wie ich glaub ein paar andere Leute. Es gibt natürlich dann auch rund um Ben Roethlisberger ein paar Fragen rund um die Offense. Wie viel hat er selber noch im Tank? Ich mein, er geht auch auf die 40 zu, war jetzt eine ganze Saison raus. Auch da sollte man, glaub ich, nicht zwingend davon ausgehen, dass er wie der Alte gleich von zu Beginn an zurückkommt. Müssen wir mal schauen. Kann man nicht vorhersagen. Er war es zum Beispiel auch immer gewohnt, eine richtig gute Offensive Line zu haben die letzten Jahre. Die war jetzt letztes Jahr nicht schlecht, aber auch nicht so gut, wie man das von der Steelers Offensive Line gewohnt war. Kann natürlich auch irgendwo daran liegen, dass man Mike Munchak verloren hat, den Offensive Line Coach. Da haben wir, glaub ich, in der letzten Offseason ... War das letzte Offseason oder ist das schon noch ein Jahr her? Nee, das müsste letztes gewesen sein. Nee, das müsste letztes gewesen sein. Es ist doch ... Ist er nicht nach Denver gegangen? Ja, 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 der ist jetzt in Denver, genau. Ich überleg nur grade, ob's letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Aber es muss letztes Jahr gewesen sein. Das war ja mit Vic Fangio da zusammen, mein ich. Genau, genau, genau. Und man hat halt gesehen, weil ... Was das Personal angeht, gab's keine großen Veränderungen eigentlich in der Offensive Line. Aber sie war halt wirklich nicht mehr ganz das Niveau der Jahre davor. mit Mike Munchak. Also, vom Personal sollte das, was da jetzt auch noch vorhanden ist, trotz des Abgangs von Raymond Foster, der seine Karriere beendet hat, doch noch eine der besseren Lines war. Man muss es dann halt nur noch mal wieder sehen. Also, sie waren ja letztes Jahr jetzt auch nicht irgendwie schlecht. Ich glaub, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Also, sie waren halt jetzt nicht die Top-3-dominante Line, aber sie waren ja immer noch so ... Top-10, würd ich sagen, so rund um den 10. Platz. Zumindest in Pass-Protection. In Run-Blocking noch mal eine andere Sache. Run-Blocking war, glaub ich, gar nicht gut, wenn ich das richtig nachgedacht habe. Genau, das war so das Problem. Du hast halt immer noch zwei Elite-Spieler mit Alejandro Villalueva auf Left Tackle und David DiCastro auf Right Guard. Dann hat Matt Filer auf Right Tackle positiv überrascht letztes Jahr. Und Foster, hast du ja angesprochen, hat jetzt sein Karriereende verkündet, war letztes Jahr dann auch für seine Verhältnisse echt eine wackelige Saison. Der wird durch Steven Wisnowski ersetzt. Und den haben sie aus Kansas City geholt. Das war wirklich, find ich, eine sehr gute Verpflichtung, die auch so ein bisschen unterm Radar ging, weil der einfach seit Jahren so ein grundstabiler Interior-Lineman ist, der Guard und Center spielen kann. Und wenn ich jetzt so, wo ich ihn aktuell sehe und wo Foster letztes Jahr war, bedenke, dann könnte das sogar ein kleines Upgrade sein, ehrlicherweise. Und dann hatte Pouncey halt auf Center seine schlechte Saison seit einer ganzen Weile. Und da würd's mich halt auch nicht wundern, wenn sich das wieder ändert, wenn Ben Roethlisberger hinter ihm steht, statt eben Mason Rudolph oder Doug Hodges. Dann müssen wir noch über den Rest der Offense sprechen. Vor allem, was die Receiver angeht. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Juju hatte sein schwaches oder sein schwächstes Jahr oder ein ganz schwaches Jahr für seine Verhältnisse, nach dem, was man da vorgesehen hat. Das kann natürlich wieder besser werden, wenn jetzt ein Roethlisberger zurückkommt. Aber es muss einer der anderen Receiver ihn unterstützen. Die müssen Sprung machen. Mein Tipp war ja, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Deontay Johnson jetzt fürs kommende Jahr. Ich finde, der hat in wirklich nicht guten Umständen für White Receiver eine richtig gute erste Saison gespielt. Den hab ich ganz besonders im Blick. Ich glaube, wenn jemand sich noch deutlich weiterentwickeln kann, dann er. Aber wenn halt nicht der nächste Schritt kommt von ihm, von James Washington oder Chase Claypool, den sie jetzt gedraftet haben, dann wird das für Roethlisberger nicht so leicht, wenn ihm eben die Receiving-Waffen fehlen. Ja, also du brauchst halt so einen Fixpunkt irgendwie. Da komm ich bei den Steelers immer darauf zurück. Du brauchst halt eigentlich so einen Fixpunkt, um denen herum du dieses ... Antonio Brown zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Nicht nur die White Receiver, sondern halt so die ganze, also auch die Titans drumherum aufbauen kannst. Genau, Antonio Brown war das ja für sehr lange Zeit. Und Juju ist es halt einfach nicht. Also ich glaub, da muss man einfach so realistisch dann auch sein. Juju in einer bestimmten Rolle kann ein toller Receiver sein, aber das ist er halt nicht. Und letztes Jahr haben ... Also es war jetzt ja nicht so, als hätten sie ihn letztes Jahr dann irgendwie dauernd als Ex-Receiver aufgestellt und hätte es halt nicht geklappt. Die haben ihn ja schon auch viel rumgeschoben. Eigentlich so wie das Jahr davor auch. Also in seiner Rolle hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Aber es haben halt die Umstände um ihn herum, haben sie eben verändert. Und da wäre es jetzt ganz kritisch, dass vielleicht ein Deontay Johnson in diese Rolle rutschen kann. Der kann Outside gewinnen. Vielleicht aber trotzdem so ein bisschen besser geeignet, als dann eben so ein Move-Receiver, den du ein bisschen hin und her bewegst. Falls er nicht der Kandidat ist für so eine Rolle, dann find ich's halt schwieriger. Also dann musst du vielleicht hoffen, dass Claypool echt positiv überrascht. Und ich mag den ja eigentlich ganz gerne in der Offense auch, weil das ist halt so ein physischer Big-Body-Receiver. Der, also auch ein klassischer Outside-Receiver, der ist halt noch echt roh. Deswegen ist es schwierig, sich drauf zu verlassen als Rookie. Und in diesen Umständen dieses Jahr umso mehr. Was ich denke, was passieren wird, ist, dass die Steelers deutlich mehr mit zwei Titans auf dem Feld spielen. Ich glaub, das wird so ein Teil der Antwort sein, dass sie mit Eric Ebron, den sie geholt haben, und Vince McDonald, dass sie deutlich mehr zwei Titans auf dem Feld haben und so die Receiver-Gruppe entlasten und so ein bisschen mehr den Ball verteilen. Sicher auch wieder, das ist ja eigentlich so was, was sie mit Big Ben immer machen oder in den letzten Jahren vor allem immer gemacht haben. Viel Hurry Up, viel Spread Offense auch spielen. Und diese ganzen Sachen haben mir letztes Jahr irgendwie dann immer wieder komplett gefehlt. Also sie waren ja viel Run-lastiger als sonst. Du konntest halt einfach auch nicht so spielen, weil die Quarterback-Situation halt so war. Ja, also da hat ja in dieser Offense eigentlich jeder enttäuscht, inklusive Vince McDonald. Den hatte ich ja ganz oben auf der Liste bei den Titans, bei den Receiving-Titans, die irgendwie richtig explodieren können, bevor sich Big Ben halt verletzt hat. Eric Ebron halt auch wirklich einer der besseren Receiving-Titans, einer der dynamischeren. Und gerade in der Red Zone kann er wirklich nochmal einen Unterschied machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber was glaubst du denn jetzt, was wir von Rethlisberger erwarten können? Also zum Teil ist es natürlich einfach eine medizinische Frage. Er kommt halt von der Ellbogenverletzung zurück. In seinem Alter als Quarterback ist das erst mal mit Sicherheit ein Handicap. Alles, was wir bisher gehört haben, war sehr positiv. Aber das muss ja nicht unbedingt viel heißen. Also sowohl von medizinischer Seite als auch jetzt von Leuten, die mit ihm irgendwie in Workouts waren, war das immer so, ist eigentlich voll im Zeitplan und entwickelt sich gut und alles soweit, passt alles. Sagen wir jetzt einfach mal, er kommt medizinisch zu 100 Prozent zurück. Dann denke ich, kann er immer noch ein Quarterback sein, der so irgendwo zwischen Platz 10 und 15 in der NFL ist. Also da würde ich ihn dann grob sehen, eher Richtung 10. Aber so ungefähr in dieser Range würde ich ihn dann grob einschätzen. Und dann, wenn du das hast, also gerade im Vergleich zu letztem Jahr, dann hast du halt eine Offense, die auf jeden Fall gut genug ist, denke ich, in Kombination mit einer Defense, die vielleicht nicht so stark bleibt, wie sie letztes Jahr war, aber eigentlich immer noch sehr, sehr gut sein sollte. Ja, noch mal ganz sachte, ne, wir kommen gleich zur Defense. Kannst du, können wir noch über die Defense sprechen? Ich will noch die Offense abhaken, weil das Backfield wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Selbstverständlich. James Conner, ich weiß nicht, wie du ihn siehst, in meinen Augen ist er okay und mehr nicht. Natürlich, letztes Jahr, das war enorm schwierig für alle, ich sag's immer wieder, für alle in dieser Offense war das echt, echt schwierig im vergangenen Jahr und natürlich konnte man da nicht wirklich überzeugen, inklusive James Conner. Aber ich weiß halt auch nicht, er sollte natürlich davon jetzt profitieren, dass Big Ben zurückkommt, aber das ist niemand, der dir individuell dann noch mal ein bisschen mehr gibt, so wie das auch Livia und Bell ja jahrelang gemacht hat, wo das einfach perfekt funktioniert hat, hinter dieser Line, mit der Geduld. Ja, Conner ist ein ganz guter Runner, aber der ist natürlich nicht ansatzweise der Receiver, wie es ein Lev Bell in besten Phasen war, wo er ja auch viel dann im Slot aufgestellt wurde oder Outside. Das wird mit James Conner so gut wie gar nicht gemacht. Generell wenig die Running Backs im Passing Game genutzt wurden im vergangenen Jahr. Ja, also auch da so ein bisschen Skepsis in meiner Stimme, dass da so dieses ganz hohe individuelle Niveau fehlt. Ja, und wenn, dann war es ja auch eher Jalen Samuels, wenn ich jetzt nicht ganz falsch das im Kopf habe, der dann aus dem Backfield die Pässe noch gekriegt hat und dann auch mal so ein bisschen vielleicht als Match-Up-Waffe eingesetzt wurde. Also Conner habe ich wirklich primär eben mit simpleren Pässen sozusagen im Kopf. Ja, dieses Element fehlt dir. Das haben sie jetzt auch nicht im Team. Also sie haben ja jetzt noch mal, nachdem sie letztes Jahr schon einen Viertrunden-Pick in Benny Snell investiert, dann haben sie jetzt ja noch mal einen in Anthony McFarland gesteckt. Also sie sind da offensichtlich auch nicht zufrieden und rotieren da auch, werden da sicher auch noch mehr dann rumrotieren. Aber das ist nicht der Punkt, wo deine Match-Up-Waffen und irgendwie die Big Plays herkommen. Ich glaube, das muss man ganz realistisch sein. Ich denke, das wird eben vor allem über die Titans kommen. wird wahrscheinlich auch über Play-Action dann irgendwo kommen und dann hängt es halt von den Wide Receivern ab, wie die sich entwickeln. Aber vom Backfield, denke ich, kann man, so hart es klingt, man kann nicht allzu viel von dem Backfield erwarten. Das wird so weit gehen, wie die Offensive Line die Running Backs trägt. Genau. Du hast recht, Jalen Semiglitz hat deutlich mehr Targets gesehen, war aber, ja, also war jetzt auch nicht umwerfend, hat auch ein bisschen mehr im Slot gespielt. Bäume ausgerissen hat keiner da, das kann man sagen, ja. Ja, die Defense hingegen war der Hammer, gerade die Front und die bleibt großflächig auch zusammen. Javon Hargrave ist weg, das ist auf jeden Fall ein Verlust, vor allem, weil Chris Wormley, den sie, ich glaube, von den Ravens geholt haben, wenn der der Ersatz sein könnte, dann ist das natürlich schon Downgrade, oder? Ja, gut, der Ersatz, so gesehen, wird Stefan Tuitt sein, der letztes Jahr dann verletzt gefiltert und dadurch kam ja Hargrave erst so in die größere Rolle. In der Base-Defense wird's Wormley sein, das denke ich auch, das ist dann mit Sicherheit ein Downgrade, aber die, so die, die Steeler-Stevens war ja eigentlich immer so, du hast halt diese drei starken Interior-Linemen mit Tuitt Hargrave und Cam Hayward und einen musst du halt rausnehmen. Beziehungsweise die anderen beiden bleiben, ja. Genau, genau, die anderen beiden bleiben und einen musst du halt eh immer rausnehmen und das war halt dann oft eher Hargrave, weil der halt nicht die Passrusher-Qualitäten hatte wie, ähm, wie Tuitt und Hayward sowieso, der ist ja eh da über jeden Zweifel erhaben. Ähm, das heißt, du ersetzt jetzt tendenziell eher Hargrave durch Tuitt, der zurückkommt und in der Base-Defense dann mit Wormley und wen auch immer sie dann noch da reinwerfen wollen. Ähm, aber die Front insgesamt, also, du hast halt einfach eine ultra-dominante Passrusher-Gruppe plus noch eine Defense, die relativ viel blitzt und das ist halt, äh, ja, also da da kommt schon echt viel zusammen, was du als Offens erst mal verarbeiten musst. Ja, absolut. Deswegen meinte ich, die bleiben fast alle zusammen, außer eben Hargrave, du hast sie angesprochen, Cameron Hayward, Stefan Tuitt, TJ Watt natürlich auch. Genau, ja. Dahinter ein Devin Bush, der zwar nicht der Defensive Rookie of the Year geworden ist, wie ich, äh, das gehofft hatte, aber auch ein Vince Williams, der ne, ja, fast schon überraschend gute Saison eigentlich gespielt hat und Bud Tupree hat man ja auch gehalten, getaggt. Ja. Ähm, also die bleibt halt fast komplett zusammen und diese Front Seven wird auch wieder sehr, sehr stark sein, gar keine Frage. Und auch dahinter, hinter der Front bleibt vieles gleich, da wurden einige Verträge umstrukturiert und so weiter, um das alles unter einen Hut zu bekommen, aber wir haben ja im vergangenen Jahr in der Offseason darüber gesprochen, die Cornerbacks könnten ein Problem werden, ähm, da sind so ein paar Fragezeichen, aber ich finde dann Steven Nelson und auch Joe Hayden haben das ganz gut gemacht mit einem Mike Hilton im Slot, das war dann alles. Natürlich profitieren sie von dieser starken Front, logischerweise, aber man muss sagen, die haben das eigentlich alle individuell auch ganz gut gelöst, plus die Safeties, die waren jetzt auch nicht schlecht mit Terrell Edmonds und natürlich allen voran Minka Fitzpatrick, super flexibel, einen riesen Impact gehabt, nachdem er zu den Steelers gekommen ist. Also, es bleibt vieles gleich und es spricht eigentlich nicht viel dagegen, dass diese Defense irgendwie schlechter wird, außer eine Sache in meinen Augen und das ist, dass diese Defense natürlich unterm Strich auch sehr von Turnover profitiert hat. Meister Turnover der ganzen Liga, 38 Stück und das wird natürlich einfach aus Prinzip schon schwer zu wiederholen sein mit 20 Interceptions und 18 Forced Fumbles. Ja, ja. Also, das kannst du kaum so aufrecht erhalten und wir, wir kennen das ja jetzt auch schon von anderen guten Defenses, gerade wenn sie so Turnover bedingt gut waren, dann ist es schwierig, das zu wiederholen. Ich glaube schon, dass sie zu einer der besten Defenses der Liga gehören werden, auf jeden Fall, aber mit weniger Turnover und dann hast du eine gewisse Regression. Ich meine, wie überzähl ich das? Du sprichst das ja bei den sehr guten Defenses immer wieder an. Genau, also würde ich auch so sehen. Ich glaube, die Steelers, die werden halt statistisch nicht so gut sein können oder was heißt können, aber sie werden es höchstwahrscheinlich nicht sein, eben weil die Turnover ein bisschen runtergehen und auch wenn man sich hier anschaut, wie das letztes Jahr, also die haben gegnerische Quarterbacks bei fast einem Drittel der Snaps unter Druck gesetzt. Also das ist ja eine Zahl, die ist halt also bei fast jedem dritten Snap, den der Quarterback irgendwie zum Dropback gegangen ist, hat die Steelers Defense ihn unter Druck setzen können. Das kannst du ja nicht erwarten, dass das aufrecht bleibt und wenn das halt irgendwie, weiß ich nicht, um fünf Prozentpunkte runtergeht, dann hat es ja schon Auswirkungen darauf, wie oft du vielleicht einen Fumble irgendwie erzwingen kannst und dann vielleicht auch, wie oft du einen schlechten Wurf erzwingen kannst, der so eine Interception führt und so, so ist das ja immer so ein Trickle-Down-Effekt dann irgendwo. Also ich glaube auch, dass wir ein bisschen einen Rückschritt sehen werden. Umgekehrt denke ich allerdings immer noch, dass die Defense Top fünf sein kann. Also für mich war wirklich eine der positiven Überraschungen dann, weil du die Cornerbacks gerade angesprochen hattest, die wir letztes Jahr noch ein bisschen kritisch gesehen haben, war Steven Nelson, der ja echt eine positive Überraschung in der Secondary. Klar, den Fitzpatrick-Trade haben wir natürlich dann noch nicht drin gehabt, das ist ja dann erst im Laufe der Saison passiert, aber das hat die Defense auch nochmal auf den Kopf gestellt und deswegen, also von der individuellen Qualität her glaube ich halt, das ist eine Defense, die letztes Jahr eine der zwei, drei Besten in der NFL war und ich denke, sie kann nächstes Jahr immer noch eine der fünf, sechs, sieben Besten sein, vielleicht kann man so ungefähr sagen und das ist dann halt so ein bisschen so ein Cut wie, vielleicht also nicht ganz so extrem, aber was wir ja bei den Bears eben hatten, war ja die beste Defense der Liga und dann letztes Jahr, weiß ich nicht, die acht, neun, zehn beste Defense der Liga, irgendwie sowas und dann ist natürlich, dann merkst du diesen Drop-Off natürlich noch extremer und der Unterschied ist aber, dass wir halt bei den Steelers drauf realistisch hoffen dürfen oder prognostizieren dürfen, dass die offensiv das auffangen können, also dass die offensiv stark genug sind, um dann wieder diese, diese vielleicht weniger Turnover, was auch immer, weniger Three-and-Outs und so weiter, dass die das wieder ausgleichen können und das ist ja dann der Unterschied halt zu Jaguars sind ja so ein Beispiel, Bears sind so ein Beispiel, die das halt offensiv nicht auffangen konnten, also vielleicht geht das Pendel wieder mehr so ein bisschen in die Mitte bei Pittsburgh, aber ich glaube, die Defense wird immer noch eine der, wie gesagt, 5, 6, 7 Besten in der NFL sein. Ja, stimme ich grundsätzlich zu, wie gesagt, bei der Offense, da habe ich irgendwie so ein skeptisches Bauchgefühl. Ja, ist auch fair. Bei Big Ben, also ich kann einfach jetzt nicht safe davon ausgehen, dass er wieder zurückkommt und wieder so gut ist wie vorher. Plus, er kennt auch eigentlich nur eine andere Offense, er kennt nur eine, wo er zumindest so einen Receiver wie Antonio Brown, hat er eigentlich schon ohne Antonio Brown gespielt? Naja gut, das eine Spiel halt, ne? Das hat ja ein Spiel das erste Softpiel. Ja, letztes Jahr, das eine Spiel, aber mehr ja nicht. Also, es ist halt einfach nicht mehr diese Steelers Offense mit einem Antonio Brown und einem Livian Bell plus dann auch noch immer noch ein zweiter guter Receiver. Ich finde, diese Nummer 1 fehlt, deswegen meinte ich ja auch, wenn sich einer dieser Jungen da irgendwie in einer gewissen, in eine gewisse Weise rein entwickeln kann, dann bin ich da sehr gespannt drauf, wie diese Offense am Ende aussieht, aber ich sehe momentan halt eben diesen, ja, quasi diesen Antonio Brown-Ersatz nicht, plus den Livian Bell-Ersatz in der Form gibt es auch nicht. Wenn es da keine Überraschung gibt, dann werde ich weiterhin erst mal skeptisch bleiben. Wie gesagt, unterm Strich glaube ich, dass sie eine gute Saison spielen, aber die Division ist super hart, mit eben vor allem den Browns, den Ravens, zu denen wir gleich noch kommen, die Bengals haben sich verbessert. Ich sehe halt vor allem in der ganzen AFC, wenn die Defense nicht diese Top-3-Qualität halten kann, sehe ich da echt noch ein paar Teams vor den Steelers. Ja, ich glaube auch, sie werden halt, also ich sehe sie als klare Nummer 2 in der Division, ich glaube, da greifen wir nicht zu viel voraus, ich denke, jeder wird die Ravens oder fast jeder wird die Ravens als Favorit ziehen. Ja, klare Nummer 2 würde ich halt nicht sagen. Na gut, also klar hinter der Nummer 1, also so rum meinte ich es dann. Ah ja, okay, ja, da stimme ich natürlich zu. Genau, und dann werden sie halt um eine Wildcard spielen und vielleicht, also weiß man ja nie, gut, wir wissen eh jetzt dieses Jahr noch weniger, wie wir das einschätzen können, vielleicht kommen ja sogar drei Teams aus der Division rein, mit dem Playoff-Platz mehr und so weiter, das ist ja immer denkbar und ich finde halt jetzt, die AFC hat jetzt auch nicht die hohe Qualität im Mittelmaß. Also wenn ich jetzt aus jeder Division meinen Favoriten rausnehmen würde, das wären dann jetzt die Chiefs, gut, AFC South, ich würde jetzt mal die Texans rausnehmen als meinen Favoriten, aber da kann man drüber streiten, dann halt die Ravens in der eigenen Division und dann für mich wären es die Patriots mit Cam in der AFC East. Wenn wir die mal rausnehmen, die vier, dann finde ich, gibt es jetzt in so einem Wildcard-Rennen, gäbe es jetzt eigentlich nicht wirklich ein Team, was ich denke, also die Builds potenziell halt, aber ansonsten, die ich jetzt klar über die Steelers setzen würde, wenn Big Ben medizinisch bei 100 Prozent ist, eigentlich nicht. Mhm. Ja, die Bronze halt, ne, in meinen Augen. Aber klar würdest du die Bronze ja wohl auch nicht über die Steelers setzen. Nein, 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 nein. Wie gesagt, das ist, ich glaube, wir kommen ja gleich zu den Ravens. Ähm, klar, die sehen wir natürlich auf der Eins in dieser Division, aber wenn da irgendwie was schiefläuft oder sich, keine Ahnung, das dann doch nicht mehr so gut funktioniert, ich glaube, das wird generell ein enges Rennen. Wenn die Ravens so ein bisschen strugglen, wird's ein ganz enges Rennen in dieser Division. Dann, ja, wenn die Ravens wackeln, dann, ja. Aber gerade um Platz zwei wird's auf jeden Fall eng. Ich bin gespannt, aber dann lass uns doch mal über die oft angesprochenen Ravens sprechen, die eine bombastische Saison hingelegt haben, 14 und 2 nach der Regular Season und dann in den Playoffs. Muss man sagen, haben sie natürlich auf ganzer Linie auch enttäuscht. Mhm. Aber ansonsten haben sie natürlich begeistert. Lama Jacksons MVP-Saison, das war einfach unglaublich schwer zu verteidigen, unfassbar unterhaltsam. Wussten viele gar nicht, wie unterhaltsam ein Running Game sein kann, wenn's vernünftig oder mit so einem Quarterback ausgeführt wird. Aber was man natürlich sagen muss, was wir festgestellt haben, Teams haben immer besser angefangen, das Ganze zu verteidigen. Das hat dann ganz oft dann letztendlich trotzdem nicht gereicht. Aber in den Playoffs dann eben schon. Und vor allem haben wir gesehen, wenn die Ravens nicht in Führung gehen konnten, wenn sie hinten lagen, dann gab's Probleme. Jetzt eine ganz schwierige Einstiegsfrage. Warum kann das dieses Jahr anders werden? Ja, warum kann das anders werden? Es ist gut, dass du den Punkt einsteigst. Den hatte ich mir nämlich markiert auch als für mich die zentralste Frage eigentlich für die Ravens-Offens, aber eigentlich ehrlicherweise für das Ravens-Team insgesamt eben ... Ja, genau, weil's das, was letztendlich dann am meisten irgendwie hängen geblieben ist. Ja, die waren mega geil, das hat mega Spaß gemacht, aber dann kommen sie einmal in den Playoffs irgendwie in Rückstand und dann kommt gar nix mehr. Genau, also für mich sind's zwei Punkte. Das ist einmal ist es Lamar Jackson selbst, also keine Frage. Der hat einen Sprung gemacht als Passer, gerade auch in puncto Accuracy. Es waren auch nicht alles nur irgendwie einfaches hier Playaction und dann ist ein Receiver offen, sondern die haben ja zum Beispiel auch wirklich viel Empty-Backfield gespielt und da musst du auch mehr lesen und auch mehr mental verarbeiten. Aber also einerseits dieser Sprung, ja, aber er war immer noch, wenn wir jetzt vom Kurzpass-Spiel zum Beispiel reden, war er tendenziell immer noch eher im unteren Liga-Drittel, was so Accuracy angeht. Gerade auch, wenn Receiver in enger Coverage waren, hat er da häufiger mal Probleme gehabt, auch wenn er auf der anderen Seite natürlich auch absolute Highlight-Würfe in enger Coverage hatte, keine Frage. Vertikales Passspiel war dann ein Stück weit besser. Es ist aber dann auf der anderen Seite für mich also fast genauso zu fast gleichen Ausmaß die Qualität der Wide Receiver. Und da sehe ich halt am ehesten die Problematik, weil die müssen halt in der Lage sein, Teams zu bestrafen, wenn die regelmäßig acht oder sogar neun Verteidiger in die Box ziehen, einfach Cover-One spielen und jedem Receiver dann eins-gegen-eins-Coverage geben, um das Run-Game zu stoppen. So wie es die Titans ja in dem Playoff-Spiel gerade früh in der Partie häufig gemacht haben. Und das ist für mich halt wirklich das größte Fragezeichen für die Projection der Ravens-Offense, weil ich hätte mir halt gewünscht, dass sie auf Wide Receiver noch so einen Ticken mehr machen. Ich finde, Marquise Brown ist ein guter, spannender Receiver, natürlich mit dem Speed. Ich mag auch Devin Duvernay, den sie jetzt gedraftet haben. Ich glaube, dass der mit seiner Speed-Power-Kombination, vielleicht kann man es so sagen, aus dem Slot heraus, gibt er ihnen noch mal eine Rolle und so eine Waffe, die sie vorher in der Richtung nicht hatten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der, genau wie auch Brown natürlich, immer wieder mal bei Jet-Sweeps und solchen Sachen auch ins Run-Game eingebaut werden. Aber so der eine Receiver, also dieser eine dominante Receiver, der dann halt wirklich so hier Defense spielt, eins-gegen-eins-Coverage, weil sie mehr auf den Run fokussieren wollen und der bestraft es dann. Der fehlt halt, finde ich, den Ravens. Und das ist halt das, wo ich sage, wenn sich aus dieser Gruppe, Miles Boykin, Marquise Brown und so weiter, wenn sich aus der halt keiner in diese Richtung entwickelt, dann hängt es eben an Lamar Jackson, dass er als Passer noch mal einen großen Schritt nach vorne macht. Ich glaube, dass Marquise Brown da natürlich das Potenzial hat. Logischerweise war damals mein Nummer-Eins-Receiver vor dem Draft und war dann vor der Saison verletzt, hat sich in der Saison verlässt, hat angeschlagen, auch gespielt, aber hat ja vor allem zu Beginn und am Ende der Saison gezeigt, dass er 1 gegen 1 sehr schwer zu verteidigen ist und wenn der jetzt noch ein bisschen Tyreek Hileska eingesetzt wird. Und fit bleibt halt. Und halt fit bleibt, ganz wichtig bei ihm natürlich. Ich glaube, dann kann er auch dieser Playmaker, dieser Unterschiedsspieler sein, weil, wie du schon sagst, wenn die Defenses sagen, okay, wir verteidigen die Wide-Receiver 1 gegen 1, ich glaube, dass Marquise Brown mit seiner Explosivität, mit seinem Speed wirklich ganz oft dann die 1 gegen 1 Duelle gewinnen kann. Wie gesagt, wir haben es in Ansätzen gesehen und dem würde ich da dann auch noch mal Zeit geben, gerade wegen der Verletzungen, aber halt natürlich, es war sein erstes Jahr in der NFL und ich glaube schon, dass es da noch einen Schritt in die richtige Richtung geben kann. Also es muss halt kommen, das ist halt so immer der Punkt. Wir haben jetzt häufiger in verschiedenen Bereichen bei verschiedenen Teams gehabt, so dieses, der muss halt auch kommen, weil sonst haben sie halt wieder ein Problem. Also wie bei den Steelers auf Wide-Receiver. Ist ja im Prinzip ähnlich. Im Prinzip, genau, ja. Also du hast halt jetzt noch Mark Andrews und Marquise Brown als die Mittelpunkte, was die Waffen angeht im Passspiel. Willie Sneed für mich ist halt Nummer 3, nicht mehr. Hayden Hurst ist weg. Das heißt, da wird Nick Poyle seine gute Vorsaison auch bestätigen müssen. Und dann halt, wenn halt Marquise Brown und Mark Andrews, klar, Fixpunkte, aber darüber hinaus eben, da ist man dann halt schnell bei eben Devin Duvernay zum Beispiel. Und das ist halt ein drittrunden Rookie. Und da, da sehe ich halt dann schon so ein bisschen die Gefahr, dass Baltimore die Sachen, die sie letztes Jahr gut gemacht haben, auch wieder sehr gut machen kann. Und das, also vielleicht, das muss man eigentlich auch nochmal sagen, das war halt eine historische Offense. Das darf man ja echt nicht vergessen. Also auch, wenn man von den Erwartungen an die kommende Saison spricht, das war eine historische Offense. In verschiedenen Advanced Metrics war das die beste Rushing Offense aller Zeiten. Auch nach ein paar Total Stats kann man das durchaus argumentieren, dass es die beste Rushing Offense aller Zeiten war. Und dann waren sie Platz 1 Passing DVOA, Platz 1 Rushing DVOA. Lamar Jackson hat den Quarterback Rushing Rekord von Michael Wick deutlich gebrochen. Also, das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass vielleicht auch einfach da ein kleiner Rückschritt eintreten wird, weil es, weil es so extrem gut war letztes Jahr. Genau. Das wäre für mich was fürs Fazit gewesen, dass man einfach auch da in gewissen Bereichen von einem Rückschritt und wenn es nun minimaler ist, ausgehen muss. Jetzt hast du schon so einige Punkte angesprochen. Die Offensive Line noch nicht. Masha Yanda hat seine Karriere beendet. Man hat zwei Rookies gedraftet für seine Position. Aber das ist natürlich dann in erster Linie mal schon ein kleiner, kleiner, ja, Schlag. Downgrade auf jeden Fall, ja. Also, das Gerüst erstmal mit den beiden Tackles ist natürlich sehr gut. Ronnie Stanley und Orlando Brown, das hat das Potenzial, eines der besten Tackle-Duos der Liga zu werden. Stanley ist eigentlich jetzt schon in der Konversation für den besten Left-Tackle der NFL. Der Center, Matt Skura, kommt nach seiner Knieverletzung zurück, wurde aber dann letztes Jahr auch gut vertreten von Patrick McCurry, als er dann raus war. Also, da kann man eigentlich auch relativ beruhigt sein. Das einzig echte Fragezeichen sind halt für mich eigentlich beide Guard-Spots, wenn man ehrlich ist. Right Guard eben, wo Yanda seine Karriere beendet hat, das ist halt einer der besten Guards der letzten 10, 15 Jahre. Also, den zu ersetzen ist nicht leicht. Sie haben noch, neben den beiden Rookies, haben sie noch DJ Fluka geholt, der jetzt auch maximal durchschnittlicher Guard ist, würde ich sagen. Wahrscheinlich trotzdem jetzt der Favorit, um zu starten. Ansonsten wäre Ben Powers, der vierte Runden-Pick aus dem letzten Jahr, der wäre noch eine Alternative und dann halt die zwei Rookies dieses Jahr mit einem dritt- und vierten Runden-Pick. Also, das heißt, du hast eigentlich so mehrere Optionen, zusätzlich eben zu dem Left-Guard-Spot mit Bradley Boseman, eben einer, der jetzt auch nicht in Stein gemeißelt ist. Das war so am ehesten die Schwachstelle letztes Jahr. Also, da hast du eigentlich beide Guard-Spots in gewisser Weise Fragezeichen. Aber ich finde, es gibt halt mehrere gute Optionen. Das heißt, ja, da muss man schauen, wie das dann, wie das zusammengepuzzelt wird. Aber ich glaube, das wird immer noch eine sehr gute Offensive-Line sein. Muss es auch sein, weil das hilft natürlich oder hat in der vergangenen Saison diese Offense natürlich auch sehr geholfen. Ja. Im Running-Game Lama Jackson als Runner, als Passer geholfen, den Running-Backs geholfen. An Running-Backs mangelt es auf jeden Fall nicht bei den Ravens. Das ist tatsächlich so, ja. Mark Ingram ist da, super Runner, sehr zuverlässig, jetzt nicht die absolute Top-Elite, aber wirklich einer, der, ja, also überdurchschnittlich würde ich ihn schon bezeichnen, wäre bei mir so vielleicht irgendwo ... Passt halt auch super da rein. Passt super. So ein Downhill-Runner, das passt halt perfekt. wäre bei mir so irgendwo im Bereich Platz 15 vielleicht ein bisschen dahinter. Trotzdem hat man J.K. Dobbins gedraftet. Mhm. Das haben wir jetzt nicht so hundertprozentig verstanden, warum man jetzt noch einen Running-Back da holt, ob man da nicht vielleicht, ja, zum Beispiel einen Wide-Receiver besser gebraucht hätte oder mehr gebraucht hätte. Gut, der kommt jetzt aber mal aus seiner Sicht betrachtet aus einem Blocking-Paradies aus einem College, wo er wirklich riesige Gaps zur Verfügung hatte, in das nächste Paradies, weil auch hier wird er ganz gute Umstände vorfinden. Ja, das ist es auf jeden Fall. Also natürlich immer ein Geben und Nehmen, die Offensive Line hilft dem Run-Game. Gleichzeitig sieht die O-Line natürlich auch besser aus, weil mit den ganzen Option-Plays und dann mit viel Play-Action im Passspiel und so, da wird die Line natürlich auch entlastet. Also so rum funktioniert es ja dann auch. Ja, also du hast halt wirklich ein Backfield. Lamar selbst übernimmt jetzt auch jetzt eigentlich gerade eine kleine Anzahl der Runs. dann eben Mark Ingram, Gus Edwards, der letztes Jahr auch über 130 Runs hatte. Justice Hill, der auch fast 60 Runs hatte letztes Jahr und da kommt jetzt ja noch Dobbins mit dazu. Also ehrlich gesagt, ich glaube für Fantasy-Football-Spieler ist es ziemlich brutal, das auseinander zu sortieren. Aber für jetzt Real-Football gedacht, wird das glaube ich einfach eine unglaublich starke und explosive Rotation sein. Und da passen die halt auch alle extrem gut da rein. Also mit Edwards haben wir es ja schon länger gesehen, mit Ingram jetzt auch. Und Dobbins muss man eigentlich von dem, was er im College gezeigt hat, auch davon ausgehen, dass der super da reinpassen wird. Und dann haben sie ja schematisch jetzt gar nicht irgendwie komplett neue Sachen gemacht, sondern eher ein paar bekannte Konzepte genommen und die halt mit dem X-Faktor Lamar Jackson kombiniert. Und auch da haben sie ja die Konstanz eben, dass Greg Roman der Offensive Coordinator bleibt. Also vom Run-Design her eigentlich keine größeren Bedenken, dass sie da jetzt irgendwie einbrechen. Und dann sind sie ja auch, auch wenn jetzt Teams sie ein bisschen besser verteidigen konnten, auch wenn man sicher in der kommenden Saison dann häufiger sie aufgefordert sein werden, auch mehr über das Passspiel zu kommen, also dass sie einfach mal häufiger hinten liegen werden als letztes Jahr, das wird einfach passieren, sind sie ja immer noch irgendwo eine sehr einzigartige Offense eben generell, wie sie spielen. Also dass sie, ich glaube sie haben über 550 Mal aus der Pistol-Formation gespielt, was einfach kein anderes Team mehr als 65 Mal gemacht hat. Also allein in der Richtung kriegst du Plays, kriegst du Formationen und Designs und auch personelle Gruppierungen, die sehr flexibel sind, die sehr vielfältig sind, wo sie viel, viel rotieren, dann mal mit zwei Running Backs, dann mal mit zwei Titans, dann auch doch mal wieder mit drei Receivern spielen. Kriegst du halt in so einer Vielfalt und in so einer Aufteilung sehr, sehr selten zu sehen als NFL-Defense und die Ravens fordern das halt immer noch und fordern dich halt dann immer noch da, auch in der Richtung eben dich halt anzupassen an dieses eine spezifische Offense. Das Gleiche kann man ja im Prinzip auch über die Defense sagen, die schwierig für Gegner zu lesen ist und ja, sehr flexibel, sehr viele Spieler, die unterschiedlich eingesetzt werden. Ich meine, ein Earl Thomas musste noch nie so oft so nah an der Line of Scrimmage spielen und so oft blitzen wie im vergangenen Jahr, aber dazu halt eben auch Spieler wie Marcus Peters, der dieser Defense ja auch noch mal auf ein anderes Niveau verholfen hat, die Front generell mit vielen individuell starken Spielern und jetzt kommen da ja auch noch ein, zwei Leute mit dazu, wie ein Calais Campbell aus Jacksonville, aber auch ein Patrick Queen in der ersten Runde des Drafts, also diese Defense, weiß ich nicht, ob die, also ich glaube, dir hat das Potenzial halt noch besser zu werden als letztes Jahr. Ja, deine Überleitung war wirklich, hat den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen, auch da sind die Ravens so, kurz vorm Urlaub, haut er noch mal an. War aber auch ein Elfer ohne Torwart, muss man ganz ehrlich sagen. Hast du mir ja schön vorbereitet. Na gut. Nee, aber auch da sind die Ravens halt echt einzigartig, die haben letztes Jahr in 54 Prozent der Pass Plays der gegnerischen geblitzt und um das nur mal einzuordnen, also kein anderes Team war bei über 45 Prozent. Das wären dann die Buccaneers und dann kamen die Cardinals und Jets und die waren jeweils schon unter 40 Prozent. Also Ravens mit über 54 Prozent mit weitem Abstand die aggressivste Defense, die haben auch die besten Zero-Blitzes gespielt, also ohne Safety-Absicherung dann dahinter und ja, also man muss es tatsächlich bei Baltimore von der Secondary anfangen, weil alles beginnt halt damit. Zu allererst ist es eine Cover-One Blitzing-Defense, wenn man die Ravens ganz knapp zusammenfasst, die spielen Primär-Cover-One, also du hast Man-Coverage mit einem tiefen Safety und dann blitzen sie halt unglaublich viel und das können sie halt machen, weil sie die Spieler dafür haben in der Secondary, also sie spielen kaum Base-Defense, Primär dann Nickel und Dime, also sechs oder fünf Defensive-Backs. Sie haben eine der zwei, drei besten Cornerback-Gruppen in der NFL mit Marlon Humphrey, Peters eben, Jimmy Smith, dazu Tavon Young, der jetzt nach seiner Nackenverletzung zurück ist, der hat ja die Saison verpasst, der dürfte jetzt im Slot dann starten. Brandon Carr ist weg, da haben die Ravens die Optionen nicht gezogen, haben ihn gehen lassen, aber insgesamt die Cornerbacks eben plus, du hast ja angesprochen, die flexible Art und Weise, wie sie ihre Safeties einsetzen, das gibt ihnen halt enorme Möglichkeiten und sie können eben auch ähnlich so ein bisschen von der Grundidee wie die Patriots, sie können halt auch gegen jede Offense-Man-Coverage spielen, weil sie halt auch Blitzer dann aus allen Richtungen bringen können und weil sie halt die individuelle Cover-Qualität haben. Und bei Baltimore muss man ja sagen, wenn wir eben bei den Steelers die Turnover angesprochen haben, das ist ja nichts, wo die Ravens irgendwie groß mit gepunktet haben, also ja, die hatten auch einige Turnover, aber ich glaube, ich hab's vorhin mal nachgeschaut, über zehn insgesamt weniger über die ganze Saison, das ist natürlich dann schon ein Unterschied, also das ist nicht ganz so, ja, das steht nicht auf so ganz unsicheren Füßen, dass die Ravens halt wieder so eine starke Defense werden. Ja, es ist eher halt wiederholbar, genau. Sie hatten jetzt zum Beispiel auch nicht so eine extreme Pressure-Quote, was ich ja bei den Steelers vorhin gesagt hatte, die bei über 30 Prozent lagen, da war Baltimore fast acht Prozentpunkte drunter, also nochmal eine ganz andere Kategorie, waren eher so im Liga-Mittelfeld. Ja, und warum können sie das halten? Weil sie sich halt in den Bereichen, wo sie letztes Jahr Probleme hatten, eigentlich nochmal verbessert haben. Genau. Also Hand in Hand eigentlich mit dieser Blitzing-Defense und was ich jetzt gerade über die Secondary gesagt habe, geht ja die Defensive Line, die halt auch Räume kreieren kann. Und Baltimore hatte letztes Jahr eben wirklich nicht viel individuelle Pass-Rush-Production von Spielern wie Brandon Williams oder Michael Pierce oder auch Jalen Ferguson oder eben Chris Wormley, den wir ja auch vorhin schon angesprochen hatten. Obwohl auch die alle zum Beispiel über 250 Pass-Rush-Snaps hatten letztes Jahr. Also die haben jetzt alle auf so einem Base-Level gespielt, aber die waren jetzt keine individuellen Spieler, die da den Unterschied machen. Matt Judon war so ein bisschen die Ausnahme, aber auch der hat ja enorm davon profitiert, dass so viel geblitzt wurde, dass er viele Eins-gegen-Eins-Duelle hatte und so weiter. Und jetzt haben sie halt, glaube ich, mit den Verpflichtungen, mit dem Trade, vor allem für Klaise Campbell, mit der Verpflichtung von Derek Wolfe, haben sie eine Defensive Line, die nicht nur Räume kreieren kann, sondern die einmal auch hilft, die Run-Defense zu stabilisieren. Das war teilweise echt auch ein Problem letztes Jahr, aber die halt auch individuelle Pass-Rush-Qualität mitbringt, die sie halt so eben, wie gesagt, letztes Jahr nicht hatten. Deswegen sehe ich da ein Upgrade plus dann eben das Upgrade auf Linebacker. Das ist dann so, der macht dann so die ganze Sache rund. Das war letztes Jahr auch immer wieder eine Problemzone, vor allem so der zweite Linebacker-Spot. Die beiden Starter aus dem letzten Jahr sind jetzt weg mit Josh Bynes und Patrick Onwasso. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass wir da Patrick Queen und Malik Harrison, die beiden Rookies, auch zusammen relativ früh als Starter sehen und Harrison halt eher so der Run-Stopper und Queen halt so dieser Cover-Linebacker, den sie auch hier wieder letztes Jahr so einfach nicht hatten. Wobei man fairerweise sagen muss, wenn du sagst, wir sehen zwei Rookies wahrscheinlich sehr schnell, es sind halt Rookies. Also wir können jetzt auch nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass die das dann auch so zeigen, wie wir das vor allem von dem Patrick Queen natürlich erwarten, den wir wirklich sehr mochten vor dem Draft. Könnte natürlich auch wieder eine Baustelle dann werden, wenn das jetzt nicht von Anfang an so funktioniert. Aber worüber ich gerade nochmal so nachgedacht habe, ganz vereinfacht, wenn du einen Calais Campbell in der Defensive Line hast, also davon profitieren ja vor allem alle anderen drumherum. Also wenn du als Offensive-Kordinator sagst, okay, scheiße, Calais Campbell spielt gegen uns, den müssen wir auf jeden Fall eigentlich doppeln, weil der ist individuell so stark, dass der eigentlich jeden Lineman, außer du hast da wirklich in der Interior Line wirklich die absolute Elite stehen, da müssen wir uns auf ihn mehr konzentrieren und dann kann ja gerade diese flexible Defense, diese schwer vorhersehbare Line mit ihrem Blitz ziehen, kann ja davon gerade super profitieren. Also da bin ich sehr gespannt. Müssen wir die Secondary noch ansprechen? Da hat sich ja nicht ganz so viel verändert. Nö, genau, also die Starter hatte ich ja gerade schon gesagt, ansonsten Chuck Clark und Earl Thomas sind das klare Starting-Safety-Duo. Ich bin auf einen Spieler wie Geno Stone gespannt, ob der das Team schafft und ob der da einen Impact hat, der siebte Runden-Pick, den hatte ich ja eigentlich deutlich höher auch gesehen, aber ansonsten ist da eigentlich recht viel Kontinuität, abgesehen eben davon, dass wie gesagt Tayvon Young zurückkommt und Brenton Carr eben weg ist. Plus natürlich den besten Kicker der Liga. Das ist natürlich auch richtig. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich das kriegen. Zum Abschluss haben wir jetzt noch einmal einen Kicker erwähnt. Ja, ich habe gerade hier mir den Roster mal aufgemacht und dann steht hier natürlich ein Justin Tucker und dann dachte ich, komm, gönnen wir ihm mal die Bühne. Ja, aber ich glaube, vielleicht so ein Satz, den man glaube ich noch sagen könnte, Ravens haben halt auch einen der besten Coaching-Staffs in der NFL. Sie haben einen super Offensive-Coordinator, Greg Roman, der halt auch perfekt zu dem passt, was sie mit Lamar Jackson machen wollen. Don Martindale war letztes Jahr, wenn nicht der Beste, dann einer der besten Defensive-Coordinators in der NFL. Beide sind geblieben und John Harbour hat halt wirklich als Head Coach nochmal, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht, hat letztes Jahr super Arbeit geleistet als Head Coach und die Ravens waren ja auch in vielen Bereichen einfach am Cutting-Edge in der NFL. Also das ist jetzt nicht nur, weil sie extrem viel Fort Down ausgespielt haben und sowas, sondern generell ihr ganzer Ansatz war ja irgendwie doch sehr in vielen Bereichen einfach sehr fortschrittlich. Ja, sehr viel mit Analytics und so weiter zusammengearbeitet, auch mit Analytikern. Ja, ich bin sehr gespannt auf die Ravens. Ja, wir haben es ja schon mehrfach angedeutet, also die sind der absolute Favorit natürlich auf den Division-Sieg. Da brauchen wir nicht groß drum rumreden und sie sollten natürlich auch zu den ein, zwei, drei besten Teams der ganzen Conference gehören und selbst wenn sie dann vielleicht offensiv einen kleinen Rückschritt machen, defensiv, könnten sie halt vielleicht nochmal sich steigern. Also, wenn jetzt nicht irgendwie dieses, ja, wenn Lama Jackson nicht als Passer vielleicht wieder irgendwie in alte Muster zurückfällt, wieder ungenauer wird, wie er das ja vorher war, aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, bei Baker Mayfield hat man es auch nicht erwartet, weil der war einer, eigentlich die komplette Karriere einer der akkuratsten Quarterbacks, ja auch schon im College. Also, wenn sich da nicht irgendwie groß was tut, dann sollten die Ravens wieder ganz oben mit dabei spielen und dann brauchen sie natürlich ein bisschen, ja, auch vor allem für die Playoffs, vielleicht auch mal einen Plan B. Also, das wirkte für mich so ein bisschen so, dass sie, wenn es dann dazu kam, dass sie hinten liegen, gegen halt ein gutes Team wie die Titans, dass dann so ein bisschen die alternativen Möglichkeiten gefehlt haben und da hast du die Wide Receiver angesprochen, da muss halt ein Marquise Brown auch den Schritt machen. Also, ich würde jetzt die Ravens nicht als Superbowl-Kandidaten Nummer eins sehen, aber wenn bei denen alles glatt läuft und sie halt in gewissen Bereichen sich gut weiterentwickeln, dann sind sie auf jeden Fall nach wie vor da irgendwie in dem Bereich, um das zu schaffen. Ja, ich sehe sie, ich würde jetzt sagen Top vier, also wenn wir jetzt Superbowl-Kandidaten insgesamt aufzählen, also Chiefs werden, bleiben für mich die Nummer eins, ist einfach so, also ich sehe Kansas City nach wie vor als Favoriten, aber die Ravens werden halt dann der andere Favorit in der AFC für mich und dann NFC, kann man dann Saints reinpacken, kann man, je nachdem wie man Teams wie die Niners sieht oder wie stark man schon irgendwie Dallas oder Tampa Bay oder was auch immer einschätzt, aber also ich sehe sie schon klar in dieser, in diesem Spitzen-Contender, in dieser Spitzen-Contender-Gruppe und ich denke so Top vier, da würde ich sie schon reinpacken. Es gibt halt wenig Argumente, um sie jetzt in so einer Preview da nicht mit reinzunehmen. Ja. Ich versuche ja immer möglichst kritisch dann zu sein, auch bei so Teams, die letztes Jahr so überragend gut gespielt haben, um dann irgendwelche Möglichkeiten der Regression zu finden, aber bei den Ravens sind es halt wirklich nur Kleinigkeiten. Genau. Man kann halt über das eben, was ich ja gesagt hatte, dass es einfach eine historische Offense war, das sollte man hinter Kopf behalten, dass sie das vielleicht nicht auf diese Art und Weise so gut fortsetzen können. Das sollte man zumindest nicht einfach so erwarten. Aber es spricht ja nichts dagegen, gerade wenn du den Coaching-Staff ansprichst und die ja auch es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit von einer Offense mit Joe Flacco zu einer unfassbar guten Offense mit einem Lama Jackson, ja einem komplett anderen. Die haben die komplette Offense umstrukturiert mit diesem mit diesem Quarterback. Es spricht ja nichts dagegen, dass die sich wiederum dann eben so einen Plan B einfallen lassen, dass sie die weiter variieren, dass sie die weiter entwickeln können, eben wieder mit neuen Dingen ankommen können, mit denen Gegnern wieder Probleme haben. Also vielleicht werden sie dann nicht in den Bereichen, in denen sie letztes Jahr so unglaublich stark waren, sondern dann halt vielleicht in anderen Bereichen wieder ein bisschen ja nochmal andere Aspekte mit reinbringen, neue Reize setzen, weißt du sowas, das traue ich denen ja durchaus zu mit den Coaches. Genau, aber das meinte ich ja, dass man halt sich darauf einstellen muss, dass sie halt auch andere Wege hier und da finden müssen und halt nicht, dass sie sich einfach so fortsetzt, wie es das letzte Jahr so gut funktioniert hat. Das meinte ich am ehesten, also das sollte man im Hinterkopf haben, aber ansonsten, ja, also ist das, ich glaube auch, dass die Defense noch besser werden kann und offensiv eben, wenn die Wide Receiver sich einigermaßen steigern, dann, also wüsste ich nicht, warum die nicht ein Favorit mindestens für einen der beiden Top Seeds in der AFC sein sollten. Das, da bin ich absolut bei dir. Gut, so, heute ein bisschen schneller durchgekommen, weil natürlich keine News und kein Gast mit dabei war, also sind wir schon durch mit der AFC North und damit mit der vorletzten Division Preview des Jahres und mit der letzten Folge vor unserer vierwöchigen Sommerpause. Richtig. Haben wir noch, haben wir noch was abschließend zu sagen? Ich glaube eigentlich nicht, also, wie gesagt, wir kommen mit dann, mit der Division Folge der letzten zurück nach dem, nach der Sommerpause und dann, je nachdem, wo die NFL halt steht, geht's dann weiter, also, entweder sprechen wir dann nach über Preseason oder wir überlegen uns andere Themen, weil die Saison nach hinten geschoben wurde, also, da. Hätten wir mal ein bisschen Zeit, über Fantasy zu sprechen, vielleicht. So haben wir noch gar nicht gemacht in dieser Offseason. Das stimmt, ja, das stimmt. Ne, genau, also insofern reagieren wir dann natürlich auch spontan, was dann so passiert und, ja, also es wird eine College-Folge geben, hast du ja schon angekündigt, ich glaube sogar zwei, während wir im Urlaub sind, ich weiß gar nicht, genau, muss ich auch nochmal schauen, also einen auf jeden Fall und, dann kommen wir hoffentlich gut erholt in vier Wochen wieder. Das hoffe ich auch. Ich finde es immer gut, ähm, wie du sagst, nee, eigentlich gibt es nichts mehr zu sagen, aber dir fällt doch noch was ein. Das ist, das ist, so viel auf dem Herzen, was ich noch sagen möchte. Profi, Vollblut-Profi, ne, ist von mir da ins kalte Wasser geworfen und er schwimmt, der Mann, er schwimmt, so wie ich im Urlaub. Ich, oh, das war ja, also, da war wirklich nochmal die, die, ich bin so, ich bin so, so urlaubsreif, ich hab's auch wieder heute gemerkt. Äh, ist natürlich auch ungewohnt an einem Samstagnachmittag für uns, aber trotzdem, Wahnsinn, es ist einfach, ich bin, ich bin leer, ich bin wirklich leer, deswegen freu ich mich sehr auf den Urlaub, freu mich dann natürlich aber wieder auf den Podcast. Also eine kleine Pause wird richtig gut sein. Folgt uns natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, Instagram, Twitter, YouTube natürlich. Wer das Running Back Ranking noch nicht gesehen hat, sollte das nachholen. Wer Bock hat, supportet uns bei Patreon. Was wir noch nicht gesagt haben, die College-Folge ist zwar bei Patreon, aber jetzt die erste Folge ist für alle zugänglich und zu hören. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir das jetzt am Ende sagen und mir das am Anfang nicht eingefallen ist. Aber gut, die, die jetzt bis zum Ende zuhören, werden da noch mal belohnt mit dieser Info. Diese Folge ist für alle zugänglich. Aber wer uns supporten will, tut das gerne bei Patreon, kommt in unser Special-Team und dann hören wir uns in vier Wochen wieder. Ich werd fast ein bisschen sentimental gerade. Ich glaube auch, ja. Es wird auch ganz komisch, so nach vier Wochen wieder anzufangen. Solange wir uns so lange nicht mehr gesprochen, dann ... Ja, ganz ungewohnt. Komm, wir machen sie mit Pflaster abreißen. Schnell und kurz. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir hören uns in vier Wochen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao.